Moin und Mittel ihr Lieben und willkommen zu diesem weiteren Video des Erfolgspodcastes Leben mit Hass, Spezial-Hater-Handlungen in Klammern ungeschnitten. Vielleicht habt ihr gerade eben noch den Podcast zu meine negativen Eigenschaften gehört von Rheinlande, in dem er ja seine angeblichen negativen Eigenschaften aufgezählt hat, wie zum Beispiel, dass er zu faul ist oder dass er gerne rumschreit. Der Rest war halt so ein, ich mache das nur, weil die anderen. Ich bin nicht derjenige, sondern ich werde hier nur provoziert, ich werde hier nur unter Druck gesetzt und deswegen, ja, handle ich so, wie ich handle. Es war utopisch, es war einfach nur utopisch. Und jetzt hatte er ja auch dann am Ende angekündigt, wird die Folge kommen mit die Handlungen der anderen, also der Gegenseite, indem er auf alle Hater eingeht, nicht auf einzelne speziell, zumindest hat er es so gesagt, ich habe noch nicht reingehört, ich weiß noch gar nichts über diese Folge, also ich blind, ist völlig blind für mich. Und, ja, hören wir einfach mal rein, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, was alle bösen Hater so gemacht haben. Ihr wisst, 99 Prozent der Hater sind einfach nur Konsumenten und schauen sich das an und kommentieren vielleicht nochmal irgendwo. Ein kleiner Teil dieser Leute, die nehmen halt auch aktiv dran teil an diesem, ja, wie es der Anwalt so schön sagte, Drachengame und sind aber in der Regel freundlich, kreativ und witzig eingestellt und produzieren wunderschöne Sachen wie Musik, Spiele, Bilder, irgendwelche Videos und so weiter, Zusammenschnitte und so weiter und so weiter. Also, wirklich, der Großteil der Leute, die ich in diesem Drachengame kennengelernt habe, die waren echt cool drauf und sind auch weiterhin super Leute, mit denen ich gerne zusammen rede und Spaß war. Ein kleiner Prozent, 0,0 irgendwas Prozent, schlagen halt über die Stränge und begehen auch Straftaten. Das will ich ja gar nicht kleinreden, das passiert. Und, ja, die gibt es. Die lassen sich nicht wegdiskutieren. Aber es gibt auch Leute im Fußball jetzt einfach mal als Beispiel, die daher gehen und der anderen Gegenseite irgendwo Gewalt antun möchten und dann irgendwelchen anderen Fangruppierungen auflauern, um die dann körperlich zu attackieren. Gibt es auch. Aber deswegen kann man ja nicht der ganzen Fangemeinschaft eines Fußballvereins da absprechen oder zusprechen, dass sie da immer und immer wieder die anderen Fans angreifen. Man muss halt diese Leute herausfinden, rauspicken und dann halt der gerechten Strafe überführen. Ist ja ganz klar. Ja. So sehe ich das zumindest. Reinerle sieht es anders. Und vielleicht gibt es auch andere Leute, die es anders sehen, aber für Reinerle, wenn jemand irgendeine Straftat begangen hat, dann haben alle diese Straftat begangen. Also quasi ein Kollektiv. Alle haben diese Straftat begangen. Starten wir einfach mal in diese wunderbare Spezialfolge Haterhandlungen ungeschnitten. Auf geht's. Holt euch euer Kuschelkissen und euer Lieblings-Heiß-Kalt-Getränk. So Leute, bevor wir jetzt mit der Folge hier loslegen. Zwei Sachen. Einmal, ich möchte hier gleich mal anmerken, ich habe die Folge jetzt nicht geschnitten. Der Grund liegt an der Zeit. Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Du hast mehr als genug Zeit, Reinerle. Du machst den ganzen Tag nichts. Du hast ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass du die letzten drei Tage einfach nur irgendein Spiel gezockt hast. Der Name ist mir jetzt entfallen, aber du hast den ganzen Tag nur ein Spiel gezockt. Du hast mehr als genug Zeit. Also tu nicht so. Zweite, es gibt diese Folge hier im Prinzip nochmal neu aufgenommen. Ich habe nämlich eine ganze Folge aufgenommen für eine Stunde. Das war die ursprüngliche Aufnahme, die ich gemacht habe. Die ist auch ungeschnitten. Die kommt aber nur für die Abonnenten. Warum? Warum gibt es eine Folge, die zehn, also die Folge ist 49 Minuten lang. Warum gibt es eine Folge, die elf Minuten länger ist, in der du genau dasselbe sagst, die auch ungeschnitten ist? Und die ist nur für Abonnenten? Hä? Da werde ich auch nochmal ein extra Vorwort dafür aufnehmen, weil ich einige Sachen darin sage, die eigentlich eben auf die heutige Folge, die jetzt um 13 Uhr eigentlich veröffentlicht hätte werden sollen. Wir haben schon 13.13 Uhr, deswegen beeile ich mich jetzt, veröffentlicht werde, hätte es sollen. Und das andere ist die Aussage, die ich jetzt dann als zweites nochmal aufgenommen habe, wobei ich auch, wie gesagt, da schon jetzt fast eine 45-minütige Aufnahme habe, die jetzt wahrscheinlich noch länger ist, weil ich das hier noch mit reinfüge. Auch da werde ich Aussagen sagen, die vielleicht jetzt nicht ganz passen, weil ich eben da mit was anderem gerechnet habe. Hä? Es wird auch sehr viele Sachen geben, wo man irgendwie, Hintergrundgeräusche hört man jetzt nicht, aber man hört halt sehr viel längere Pausen dazwischen. Ihr werdet merken, dass es sehr länger dauert und dass ich nicht so sehr viel auf irgendwas eingehe. Es wird deswegen auch kein Outtake-Video geben für die Abonnenten, aber dafür haben die Abonnenten ja eine ganze Stunde Folge, die also länger ist als die normalen Folgen, die ich hier veröffentliche. Wobei die hier jetzt auch sehr lang wird, dadurch, dass ich hier jetzt nochmal fast zwei bis fünf Minuten rede. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuhören. Also ich weiß gerade nicht, welche Stunde Folge er meint, weil es gibt keine. Zumindest sind die noch nicht veröffentlicht worden. Keine Ahnung. Es gibt eine Bonus-Folge Spezial 2 ungeschnitten. Oder ist die das? Ja, steht leider keine Angabe bei, wie lange. Vielleicht ist sie das. Drachen. Ja doch, das wird die wahrscheinlich sein. 19. Februar, Bonus-Folge 2, Spezial, ungeschnitten. Das wird die sein. Gibt aber kein Upload dazu. Und deswegen hören wir uns jetzt halt die Folge an. 49 Minuten reichen auch völlig zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Tüdelü. Tüdelü. Übrigens versuche ich diesmal nicht so oft dazwischen zu grätschen. Und dazwischen zu labern, damit wir hier nicht wieder bei zweieinhalb Stunden sind. Tut mir leid. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Eigentlich hatte ich jetzt schon fast eine Stunde aufgenommen. Ich versuche jetzt trotzdem mal die Folge möglichst schnell doch noch ein bisschen aufzunehmen. Und zwar möchte ich erst mal auf drei Punkte eingehen. Aber ich verstehe nicht, warum er eine Stunde aufnimmt und dann nochmal 49 Minuten dasselbe aufnimmt. Habe ich das richtig? Er nimmt zweimal genau dasselbe auf. Und das eine geht eine Stunde und das andere 49 Minuten. Warum? Warum? Es wird in Zukunft drei Folgen pro Woche geben. Eine davon wird für Abonnenten sein. Und zwei normalen regulären Folgen Montag und Mittwoch. Und zum anderen möchte ich kurz darauf eingehen, dass ich mich entschuldigen muss, weil die Folge heute verspätet kommt. Wie gesagt, ich habe jetzt schon eine Stunde aufgenommen. Eigentlich bin ich schon seit um zehn am Aufnehmen. Hat aber alles. Ja, ich bin seit um acht, glaube ich. Oder so. Keine Ahnung. Ich bin heute Morgen um kurz nach sieben aufgestanden, weil ich eigentlich immer um die Zeit aufstehe. Und halt meine innere Uhr mich geweckt hat. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir jetzt zuerst die Bonus-Folge da angehört über deine negativen Eigenschaften. Und jetzt höre ich mir die Spezial-Folge über die Hater-negativen Eigenschaften an. Oder Hater-Handlungen. Negative Eigenschaften hast du ja noch gar nicht gesagt. Das ist nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein Kaffee ist inzwischen kalt, was mich gerade tierisch aufregt. Ja, dann trinke ihn doch nebenbei. Weil ich in der Stunde nicht mehr dazu gekommen bin, einen Schluck zu trinken. Ja, okay. Und eigentlich war ich... Ja, entschuldige bitte mal. Du hast doch gerade eine Folge beendet. Warum hast du den Kaffee dann nicht getrunken? Warum musst du den jetzt in der Folge trinken? Wenn du davor schon gesagt hast, ja, ich bin gar nicht zum Kaffee trunken gekommen. Aber jetzt in dieser Folge, am Anfang, fängst du an, den Kaffee zu trinken. Was soll das? Ich habe geplant, dass ich die Folge, die ich hochlade oder hochladen wollte, noch schneide. Aber wenn ich jetzt eine ganze Stunde gelabert habe, werde ich das Ganze wahrscheinlich so machen, dass ich die Folge als kleine... Rainer, du hast noch den ganzen Tag. Wenn du sagst, du hast um 10 Uhr aufgenommen, eine Stunde, dann ist es 11. Dann hast du noch den ganzen Nachmittag Zeit, diese Folge zu schneiden und hochzuladen. Wo ist das Problem? Du musst, du hast ja keine Verpflichtung, du musst ja nirgendwo hin. Du hast keine Streamingzeit, die du einhalten musst. Du streamst ja sowieso weniger, hast du gesagt. Also, wo ist das Problem, mein Lieber? Ich weiß auch nicht, ob ich die überhaupt lösche oder ob ich die benutze, keine Ahnung. Wenn, dann würde ich die vielleicht für die Abonnenten hochladen. Das ist im Prinzip dann dieselbe Folge, mehr oder weniger, wie die, die ich hier gemacht habe. Nur mit anderen... Aber warum wiederholst du denn... Ich verstehe es. Ich kapiere es ernsthaft nicht. Ich verstehe nicht, warum er eine Stunde aufnimmt und dann sagt, jetzt mach ich das dieselbe nochmal. Das ergibt doch null Sinn. Und das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass diese nicht geschnitten ist. Das bedeutet, ihr habt dann nochmal eine Bonus-Folge, die eben umgecuttet ist. Und ja, dann habt ihr die Folge hier, die ich schneiden werde. Ich werde versuchen, diese Folge... Ich wiederhole, in Klammern, ungeschnitten. Diese Folge ist nicht geschnitten. 20, 30 Minuten zu halten, damit die Folge nicht ganz so lang wird. Dann schaffe ich es vielleicht auch noch bis 13 Uhr, die Folge hier zu veröffentlichen. Aber warum hast du dir denn 13 Uhr als Zeit gesetzt? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Warum 13 Uhr? Es hat doch niemand verlangt, dass du um Punkt 13 Uhr eine Folge veröffentlichen musst. Du hast doch immer nur gesagt, Montag und Mittwoch kommt eine Folge. Es gab nie einen Zeitpunkt. Dazu muss ich aber auch sagen, dass das hier eine Bonus-Folge ist. Das ist nicht die reguläre Folge Nummer 7, die eigentlich jetzt stattfinden müsste. Das ist nicht die reguläre Folge Nummer 7, die eigentlich stattfinden müsste heute. Weil eigentlich wäre ja heute die Folge Nummer 7 dran. Aber das hier wird heute eine Special-Folge sein, die zu der Drachenlord Leben mit Hass. Bonus-Folge meinen negativen Eigenschaften gehört. Das ist im Prinzip also die Variante der Hater. Und deswegen möchte ich damit auch direkt loslegen. Ich werde zu allem ein bisschen was sagen. Es wird dazu vermutlich auch noch einen Blog geben. Ob ich den heute veröffentliche oder morgen, das weiß ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich überhaupt einen Blog mache. Ich habe dafür eine Abstimmung gemacht, die ein paar Tage dauern wird. Ich werde die heute und morgen vermutlich noch abwarten. Du willst diese Folge heute veröffentlichen, also an dem Tag, wolltest du sie bis 13 Uhr veröffentlichen. Und dann wolltest du einen Blog, eine Umfrage für einen Blog starten, die mehrere Tage geht. Das haut doch vorn und hinten alles nicht hin, deine Zeiteinteilung da. Dann morgen im Laufe des Tages, je nachdem, ob sie veröffentlicht werden soll oder nicht, machen. Also schaut gerne mal in der anderen Folge vorbei. Selbst wenn ihr keine Abonnenten seid, müsstet ihr eigentlich an der Abstimmung teilnehmen können. Gut. So, jetzt zu der heutigen Folge. Ich habe in meiner anderen Folge darüber gesprochen. Was ich aber dazu sagen muss, er hat tatsächlich seinen Ton so ein bisschen wieder auf die Reihe bekommen. Das andere war ja total übersteuert und eigentlich viel zu laut, dass ihr geht zumindest. Ich habe über die ganzen negativen Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen von mir selbst gesprochen. Und hier ist es jetzt so, dass ich über die negativen Aktionen der Hater sprechen möchte und das Ganze ein bisschen in der Resonanz setzen. Die Hater sagen immer, dass ihr Verhalten darauf basiert, dass sie mich nicht mögen, dass sie mich hassen, dass sie mein Verhalten hassen. Aktion, Reaktion, Reinhard. Und dementsprechend wollen sie auch dafür sorgen, dass ich eben aufhöre mit YouTube, meinen Streams und so weiter. Du hast schon aufgehört mit YouTube. Dass du es immer noch aufzählst. Ja, viele, Reinhard. Also es gibt mehrere Leute, die unterschiedliche Intentionen in diesem Drachengemen haben und unterschiedliche Sichtweisen darauf haben. Viele ist es einfach nur Entertainment. Und es gibt sehr, sehr viele, die sagen, raus aus dem Internet mit dir. Weil das, was ich mache, absolut abartig und widerwärtig ist. Ja, das stimmt. Gleichzeitig ist es aber so, dass ihr Verhalten viel, viel schlimmer ist als das, was ich getan habe oder tue. Ja, das ist... Und dazu muss ich ganz ehrlich... Du scherst wieder alle über einen Kamm. Ich sage, ich kann nicht nachvollziehen, dass Leute zu mir sagen, dass mein Verhalten widerwärtig ist, wenn sie selbst so ein widerwärtiges Verhalten an den Tag legen. Tun sie ja nicht. Die Leute, die das verurteilen, Reinhard, die sind in der Regel nicht diejenigen, die da widerwärtiges Verhalten an den Tag legen. Das bist du. Und dann gibt es halt die andere Seite. Aber für dich ist ja, wenn einer, ich habe es ja schon mal gesagt, wenn einer irgendwie ein Kupferkabel bei dir aus der Rand reißt, haben es alle getan. Also, ich werde dieses Mal nicht auf meine eigenen Fehler eingehen. Das habe ich, wie gesagt, in der Abonnenten-Folge getan. Du hast ja nicht mal wirklich, weil du hast ja alles ins Positive gedreht, so wie damals schon bei den sieben Todsünden. Bitte gerne mal rein. Du musst aber eben leider abonnieren. Nee. Aber da kommen, wie gesagt, auch zusätzliche mal Outtakes und so weiter und so fort. Da könnt ihr dann mal reingucken und euch vielleicht dafür informieren. Ja, gestellte Outtakes, so wie ja auch schon bei deinem Blödsins-Vlog, wo du ja auch die Outtakes reingehauen hast und das war ja sowas von gestellt und Fremdscham. So, fangen wir damit an. Ich habe das Ganze in drei Kategorien aufgeteilt, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Kategorie Nummer eins wäre Aussagen, Kategorie wäre Handlungen im Netz und Kategorie Nummer drei wäre Handlungen im realen Leben. Wir fangen mit den Handlungen, wir fangen mit den Aussagen an. Okay. Die erste Aussage sind Lügen. Etwas, was Hater sehr gerne verwenden, um gegen mich zu hetzen, ist, indem sie behaupten, alles, was ich mache, alles, was ich sage oder alles, was ich will, sind Lügen. Also, die Hater lügen, indem sie sagen, du lügst. Das stimmt ja nicht. Du hast ja selber gesagt, dass du lügst. Du hast es ja selber in den vorherigen Podcasts, hast du ja gesagt, ich werde immer als Lügner bezeichnet. Grund ist dafür, dass ich oft lüge. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll, weil es ist ja schon direkt, die erste Aussage ist ja schon falsch. Wenn du selber sagst, du wirst als Lügner bezeichnet, weil du oft lügst, dann bist du ein Lügner. Und wenn die Hater dir vorwerfen, du lügst, dann ist das die Wahrheit. Reinerle, bitte, 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 tu mir das nicht an. Bitte kannst du nicht einfach nur mal, kannst du nicht einfach mal komplett bei den Fakten bleiben. Kannst du nicht einfach mal wirklich realitätsnah argumentieren und mit faktenbasierten, ja, Dinge hervorbringen oder Anschuldigungen. Das sind schon wieder haltlose Anschuldigungen. Du bringst kein gutes Beispiel, Reinerle. Zeige mir ein Beispiel oder gebe mir ein Beispiel, wo die Hater über dich lügen, in irgendeiner Form. Und dementsprechend werde ich sehr oft als Lügner hingestellt. Einer der Lieblings-Hater-Begriffe ist Lügenlord. Ja, ist ja auch richtig. Das ist schon wiederum eine Beleidigung, ist dazu kommen, Barbara. Nein, ist es ja nicht, weil es ja stimmt. Nummer vier. Kurz gesagt, ihre Aussagen sind meistens gelogen. Das trifft nicht auf alles zu. Ich habe auch Fehler gemacht in meinem Leben. Das will ich nicht hinstellen. Gib uns ein Beispiel, oh großer Lügenlord. Gib mir ein Beispiel. Es gibt's, schaut euch Videos an im Internet, in dem er der Lüge überführt wird. Es gibt den Lügen-Counter, das Lügen-Counter-Video, wo er da verschiedene Lügen aufzählt. Kissenwurf. Hier Bärchen-Geschichten. Was weiß ich? Mann, Reiner, du machst mich fertig. Der Gutmensch, das bin ich nämlich nochmal nicht. Aber es gibt viele Aussagen der Hater, die eben als Lügen dastehen. Hat er gerade Gutmensch gesagt? Da muss ich nochmal ganz kurz zurück. Die erste Aussage sind Lügen. Etwas, was Hater sehr gerne verwenden, um gegen mich zu hetzen, ist, indem sie behaupten, alles, was ich mache, alles, was ich sage oder alles, was ich will, sind Lügen. Und dementsprechend werde ich sehr oft als Lügen hingestellt. Einer der Lieblings-Hater-Begriffe ist Lügenlord. Dass er schon wiederum eine Beleidigung ist, dazu kommen wir aber an Punkt Nummer 4. Kurz gesagt. Moment, Punkt Nummer 4? Hat er doch nur drei Punkte gemacht. Okay, ich wollte jetzt eigentlich auf dieses Gutmensch hinaus, aber das habe ich gerade eben ein bisschen überhört. Es gibt doch nur drei Punkte. Es gibt doch nur Aussagen, Handlungen im Internet und Handlungen vor Ort im realen Leben. Ihre Aussagen sind meistens gelogen. Das trifft nicht auf alles zu. Ich habe auch Fehler gemacht in meinem Leben. Das will ich nicht hinstellen, als wäre ich der absolute Gutmensch. Das bin ich nämlich nun mal nicht. Ah, okay, sorry. Jetzt habe ich den Satz verstanden. Bist du auch nicht. Hat doch nie jemand behauptet. Aber es gibt viele Aussagen der Hater, die eben als Lügen dastehen und auch Lügen sind. Und gleichzeitig wird man dann halt immer hingestellt als jemand, der man eben nun mal nicht ist. Und ich sage da immer gerne die Situation mit dem Jungen und dem Wolf. Es gibt einen Jungen in dem Dorf, der schreit immer Wolf, Wolf, Wolf. Aber er lügt dabei immer. Er sagt immer nicht, dass der Wolf nicht kommt, sondern er sagt, der Wolf kommt und alle flüchten und verstecken sich. Und irgendwann glauben sie ihm nicht mehr, weil es jedes Mal falsch ist, weil jedes Mal sich den Arsch ablacht und lügt. Und dann am Ende steht sich aber halt heraus, der Wolf kommt wirklich, er rennt weg. Der Wolf frisst ihn, weil ihm niemand geholfen hat, weil er Lügen verbreitet hat und ihm keiner mehr geglaubt hat. Und jetzt kommt die Pointe. In meinem Fall ist es ähnlich, nur nicht, dass ich gelogen habe, sondern dass andere Leute behaupten, dass ich lüge. Gib mir Kraft, bitte gib mir Kraft. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Einer, es ist tatsächlich das perfekte Beispiel, aber auf dich gemünzt. Du musst es doch sehen. Du hast, es ist das perfekte Beispiel, die perfekte Analogie, die perfekte Fabel für dein Verhalten mit der Polizei. Du hast immer die Polizei gerufen, auch wenn die Leute nur auf der öffentlichen Straße standen und du hast gesagt, die reißen hier mein Tor ein, ich muss um mein Leben fürchten. Ist ja nicht so gewesen. Die Polizei wird am Anfang öfter gekommen sein oder schneller. Aber mit der Zeit haben die gesagt, ja, Moment, da ist ja nie was los. Da passiert ja einfach nichts. Wenn wir da sind, sind die Leute schon weg. Oder wenn, dann ist da einfach gar nichts. Die schauen sich das an, machen Fotos und dann hier stellen wir Platzverweise aus für 24 Stunden. Mehr Handlungsvollmacht haben wir nicht. Und du hast sie trotzdem immer und immer wieder angerufen, jedes Mal, bis die auch irgendwann mal gesagt haben, Herr Winkler, es ist Schluss jetzt, es reicht. Hören sie auf, uns für alles anzurufen. Und dann hast du den Notruf gewählt. Notrufmissbrauch hast du begangen. Und dann, als, oder wenn Leute tatsächlich irgendwie mal über den Zaun geklettert sind oder da irgendetwas kaputt gemacht hätten oder haben, es gibt ja, gut, es gibt ein paar Beispiele, nicht viele, aber dann hast du die angerufen und die sind auch dann, ja gut, können wir uns ja Zeit lassen, weil es ist ja wieder nichts los. Die haben halt da das Kupferkabel aus den Wänden gerissen, äh, aus den Wänden, aus der Wand. Wo sie gedacht haben, das wäre dein Internetkabel. Das ist momentan mein Beispiel, ne? Oder wo sie da Reifen über den Zaun geschmissen haben. Ach ja. Ja, Reinhard, du bist der Junge, der Wolf ruft. Ganz einfach. Ich weiß nicht, warum, also inwiefern rufen die, die Hater denn die ganze Zeit Wolf, Wolf, Wolf? Nein, tun sie ja nicht. Sie zeigen immer und immer, immer und immer wieder, wo du lügst und was du tust. Das wird aufgezeigt, dokumentiert. Und mittlerweile sehen die Leute das ja auch. Die, die Medien sehen das. Die großen Streamer sehen das. Und, ja, ähm, sagen ja auch ganz offen mittlerweile, dass du derjenige bist, der dagegen alles und jeden schießt und da, ähm, das Thema Mobbing ausschlachtet, um halt Geld zu generieren. Was anderes ist es ja nicht. Selbst wenn du da nur in dieser Monteurswohnung bist, setzt du dich ja ins Internet und sagst, oh, ich muss hier um mein Leben fürchten, weil, ähm, Hater. Es ist, es ist, es ist ekelhaft. Und ich, ich kapiere einfach nicht, wie du das nicht siehst. Ich habe ein paar Lügen in meinem Leben verbreitet. Ein paar. Ganz klar. Macht jeder von uns. Aber viele dieser Lügen. Ja, ja, und du hast ja schon, äh, als deine negative Eigenschaft, hast du es ja sogar als positive gedreht, indem du ja gesagt hast, nur um andere zu schützen. Lügen, die ich gesagt habe, waren meistens zum Schutz von anderen. Schau dazu einfach mal in meinem Podcast. Ich bin auf dieses Thema auch eingegangen in meinem, in meiner Folge mit Abonnenten. Also für die Abonnenten. Ekelhaft. Aber zurück zu dieser Folge. Wir haben hier bei der Folge außerdem noch die Aussage. Gib mir doch bitte einfach mal ein Beispiel. Alles, was du hier aufbringst, Reinerle, sind gefühlte Fakten. Du monierst irgendwelche, oder schmeißt irgendwelche Sachen in den Raum und sagst, die Hater lügen. Wo? Wo, Reinerle? Mit den Lügen, dass andere Leute eben über mich verbreiten, dass ich lüge und dann glaubt mir keiner mehr, obwohl es eigentlich gar keine Lügen sind oder Lügen zum Schutz von anderen sind. Dabei wird aber behauptet, dass alles, was ich sage, alles, was ich mache, gelogen ist. Und damit wird aber schon wiederum gelogen. Und im Prinzip machen die Hater das, was sie mir vorwerfen. Nein. Ich kriege Kopfschmerzen, ey. Macht sie also kein Stück besser. Im Gegenteil. Ihre Lügen sind deutlich schlimmer als das, was ich getan habe. Junge, was ist das für ein Framing? Das ist ja unfassbar. Ich lüge, um andere Leute zu schützen. Die Hater lügen, um zu lügen, dass ich lüge. Es wird wirklich ganz klar abgesteckt, wer gut und wer böse ist. Weil sie behaupten, ich sei Rechtsradikale, sie behaupten, ich sei ein Rassist, sie behaupten, ich sei... Ja, einer. Es gibt Videos im Internet. Du beleidigst andere Leute rassistisch aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe. Punkt eins. Du hast so rechte Tendenzen. Du bist zum Beispiel überführt worden mit dem Video mit den Wäscheklammern, in dem du da ein Kreuzzahar gemacht hast. Du bist in einer Monteurswohnung eines bekennenden Nationalsozialisten, der gerne einfach mal das Dritte Reich zurück hätte. Reinerle. Das sind Fakten. Das sind keine Lügen. Das sind Fakten, die sich auch beweisen lassen. Mit Videos. Boah. Ich sei ein Sexist, sie behaupten, ich sei... Ja, bist du, Reinerle. Wenn du mit anderen Frauen schreibst, schickst du denen einfach mal irgendwelche Bilder deines Teils da unten, des kleinen Morvus. Du würdigst das andere Geschlecht herab, ganz einfach, und sagst einfach falsche Sachen. Ihr könnt euch ja nicht aussuchen, was ihr wollt. Es ist so gut wie alles, was sie erzählen, ist eigentlich gelogen. Nein, es ist alles mit Fakten basiert. Aber das, was nicht gelogen ist, ist zum größten Teil einfach überspitzt oder einfach auch schon wieder zum Teil gelogen, sodass ich als jemand dasteht, der ich nicht bin. Lügenhater, ne? Lügenscharf. Aussagen von mir wie, ich bin das höchste Wesen, was ein Witz ist, was ein Scherp. Schaut euch das Video an. Schaut es euch an, indem er sich als das höchste Wesen tituliert. Es war von Anfang an, wird dann also etwas hingestellt, was es einfach nicht ist. Es war eine sarkastische Äußerung, es war ein Witz. War es nicht. Ja, das macht er ja ganz gerne, immer wenn irgendwie was auf seine Füße fällt, sagt er ja immer, war ja nur ein Witz, war ja nur sarkastisch gemeint. So wie Hage Buttene, war auch nur ein Witz oder, keine Ahnung, irgendwas anderes. Hier irgendwelche Geschichten, die er mal erzählt hat oder irgendwelche Sachen. Hier die Kommune wird höchstwahrscheinlich auch nur sarkastisch und ein Witz gewesen sein. Irgendwann, keine Sorge. Aussagen, die ich getätigt habe, über die ich nicht nachgedacht habe. Zum Beispiel die Aussagen mit dem Holocaust. Das ist eine scheiß Aktion gewesen, von meiner Seite. Aber wie gesagt, es geht ja dabei nicht darum, dass ich gelogen habe oder so. Ich habe das nie abgestritten, dass ich das gesagt habe, sondern ich habe abgestritten, dass ich es so gemeint habe, wie es hingestellt wird. Und genau das ist der Punkt. Du hast es abgestritten am Anfang, Rainer. Du hast es sehr oft versucht, tot zu schweigen und so. Nö, habe ich nie gesagt. Aber es ist halt nur im Internet. Nicht so gemeint gewesen, wie es hingestellt wurde. Aber das interessiert letzten Endes niemanden mehr. Nö, nö. Du hast es dann ja auch sogar noch versucht zu relativieren, indem du gesagt hast, ja, ich habe das ja mit der Hiroshima-Bombe verwechselt. Inwiefern das besser ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Weil ich darf mich ja nicht rechtfertigen, wenn ich etwas gesagt habe. Dann ist es in Stein gemeißelt und dann wird jetzt alles andere, was ich dazu sage, wird dann als Lüge abgetan. Genau das ist der Punkt. Weil man mir nicht glaubt, wenn ich irgendwie... Darum geht es, Rainer. Alle, du versuchst dich zu rechtfertigen, anstatt dich einfach mal zu entschuldigen. Du hast dich nie für diese Aussagen entschuldigt. Sagst du zwar öfter mal wieder so, ich habe mich tausendmal entschuldigt für das, was ich gesagt habe. Hast du nicht? Du hast nie eine ernst gemeinte Entschuldigung über die Lippen bekommen. Alles, was du immer machst, ist relativieren. Ich habe das gesagt, weil ich war müde. Ich habe das gesagt, weil die Leute haben mich genervt. Ich habe das gesagt, weil die anderen. Irgendwas anderes. Sucht es euch aus. Es war immer nur relativ jung. Es war nie irgendwie mal eine Entschuldigung. Oh, da habe ich... Oh, ja, stimmt. Sorry, habe ich nicht drüber nachgedacht. Es war doofe Aussage. Irgendwie sowas, ne? Ich meine, die Aussage an sich ist schon schrecklich. Und schlimm. Ähm, er ist halt damals ja auch schon, ehrlich, halt ein Dulli im Internet gewesen, der halt zu viel Redefreiheit hatte. Äh, zu viel Redezeit hatte. Und, ähm, ja, hat halt so dahergeplappert. Aber eine Entschuldigung gab es nie. Niemals. Gab es nicht. Für so viele Sachen ja auch nicht. Aufstand der Mods. Schaut es euch an. Er schafft es nicht mal, sich dafür zu entschuldigen, für sein eigenes Fehlverhalten. Und was sage, weil andere Leute über mich Lügen verbreiten. Du siehst ja nicht. So, Punkt Nummer zwei wäre der Rassismus. Mhm. Punkt Nummer zwei wäre der Rassismus. Ja. Ich habe ein paar Aussagen in meinem Leben getätigt. Mhm. Wo ich andere Menschen, andere Nationalität beleidigt habe. Das habe ich aber in erster Linie getan, wenn ich aggressiv war. Und, äh, dazu habe ich auch ein bisschen was über meine Charaktereigenschaften erzählt in meinem Podcast. Für die Abonnenten. Also schaut da, wie gesagt, wirklich gerne mal rein. Da ist wirklich sehr, sehr viel in dem Thema auch mit drin. Reinholde hat sehr oft die N-Bombe gedroppt. Sehr oft. Zum Beispiel in den GTA Let's Plays. Oder in Mario Sunshine war es, glaube ich, ne? Weswegen er ja auch bei Twitch für Lebenszeit gesperrt wurde. Äh, schaut es euch gerne an. Also Reinholde und das N-Wort, äh, sind großer Begleiter. Und dann natürlich die anderen Videos, die aufgetaucht sind. Wie zum Beispiel dieses Wäscheklammer-Video. Oder dass er jetzt halt, äh, in diesem Bunker da wohnt. In dieser Monteurswohnung. Ich gehe im Prinzip auf alles, was ich hier anspreche. Wenn auch nicht im gleichen Punkt auf das einen. Und Rassismus ist etwas, das ist nicht nur etwas, was, äh, die Hater die ganze Zeit mir vorwerfen, sondern etwas, was sie sehr gerne praktizieren. Ah, Uno-Reverse-Karte, ne? Ich allerdings mache es hier sinnvoll bewusst ihrer geistigen Eigenschaften. Äh? Hast du nicht gesagt, du bist immer noch so geistig da, dass du halt Leute nicht, äh, zusammenschlägst und zu Brei schlägst? Aber, okay, Rassismus ist dann, okay, das ist dann die Entschuldigung dafür, oder wie? Also, dass du Leute rassistisch beleidigst, ist, äh, weil du halt wütend bist. Alles klar. Der Richter, ich war wütend, deswegen habe ich den rassistisch beleidigt. Kann doch nicht ernsthaft deine Entschuldigung dafür sein, Reinhard. Und machen das bewusst, um wirklich andere Menschen anzugreifen. Es ist nichts, was sie sagen, höh, so. Äh, ich habe irgendwann mal Holy, ha, 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 das sagt, ne, wo ich einen Menschen einer anderen Hautfarbe bezeichnet habe. Ähm, das war aber nicht als böswillige Aussage getätigt, sondern ich habe einfach an dieses Meme gedacht. Und das macht die Sache nicht besser, ne. Es ist definitiv nichts Gutes, und es wird definitiv auch nie was Gutes sein. Aber es ist etwas, was mich als Rassisten hinstellt, was aber nicht der Fall ist. Gleichzeitig stellen diese Leute, also die Hater, äh, mich immer als Rassistin und Sinn, aber genau dasselbe. Beziehungsweise sind genau das, was sie mir, was sie mir vorwerfen zu sein. Nur noch schlimmer. Denn ihre Aussagen im Internet, man kann jetzt einfach nachgugeln, ihr könnt einfach mal Drachenlord Schanzenwatch, ne, Drachenlord Telegram oder Schanzenwatch Broadcast, mal googeln als Telegram. Und da findet ihr so viele Aussagen. Einfach in normalen Gesprächen, da geht's nicht einmal unbedingt darum, was ich gesagt hab, sondern sie reden selbst einfach so unfassbar vulgär, unfassbar rassistisch, unfassbar rechtsradikale Gesprüche, was die raushauen teilweise, ist es nicht mehr normal. Und das... Ja, ist aber nicht öffentlich. Das ist ein Telegram-Chat. Eine Telegram-Chat-Gruppe. Ich will das nicht verteidigen. Ich weiß, was du meinst. Diese Telegram-Chat-Gruppe bin ich eigentlich selten drin. Das ist bei mir auf stumm geschaltet. Einfach auch aus dem Grund, weil da tausend Nachrichten in der Stunde reinhämmern. Und... Ja, es ist halt tatsächlich toxisch in dieser Chat-Gruppe da. Ist einfach so. Muss man irgendwie mit klarkommen. Aber die machen das nicht öffentlich rein. Das ist... Nichts, was jetzt hier in einem Video passiert, wo du halt die Leute beleidigst. Rassistisch. Ach ja. Das Geile ist, dass sie mich halt immer als jemand hinstellen, der eigentlich jemand ist, den sie. Also sie stellen mich eigentlich als jemand hin, der sie sind. Dabei bin ich das überhaupt nicht. Oh Mann, Reinerle. Ich glaube ja immer noch, dass wenn du irgendwie jemandem gegenüberstehst, dass du dich selber da siehst. Dass du alle deine negativen Eigenschaften, dass du alle deinen... Alles, was dich so ausmacht, dass du dich... Dass du das auf den projizierst. Und eigentlich könnte man da auch einen Spiegel hinstellen. Es wäre genau dasselbe. Wenn man da einen Spiegel hinstellen würde, den würdest du genauso... Ja, zutexten mit diesen Beleidigungen und all diesen Vorwürfen, die du den Leuten da in den Kopf wirfst. Das wäre wirklich dasselbe. Und das ist genau der Punkt, um den es mir geht. Es geht nicht nur um Rechtsradikalismus oder Nationalsozialismus oder Rassismus, sondern es geht tatsächlich auch um Sexismus. Frauen werden sehr häufig als Huren bezeichnet, als Mullen bezeichnet. Was werden sie? Bezeichnet, als Olle bezeichnet. Ja, aber Mulle... Ja, okay. Also lauter abwertende Begriffe. Aha. Wo ich mir denke, so... Ihr seid doch echte Idioten. Ihr beleidigt andere Menschen als... Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, klar gibt es Beleidigungen. Aber da muss halt jeder mit sich selber klarkommen, ob ich da in dieser Gruppe bin oder nicht. Wie gesagt, ich bin da nicht drin. Und schreibe da eigentlich sehr, sehr selten und schaue da auch sehr, sehr selten rein. Einfach aus diesem Grund. Reinerle zum Beispiel hat im vollen Bewusstsein seine ehemalige Moderatorin Moni als 3D-Panzer bezeichnet, hinter ihrem Rücken. Nur mal so. Und ich will hier auch gar nicht das Verhalten anderer Leute rechtfertigen. Dafür bin ich auch gar nicht hier, Reinerle. Etwas, was sie sind, bei mir in meinem Discord zum Beispiel, wer Mulle sagt, der wird vorgewarnt. Wenn er das ein paar Mal wiederholt, dann fliegt er ganz raus. Weil in meinem Discord ist sowas nicht erwünscht. Eine Frau wird nicht als Mulle bezeichnet, eine Frau wird als Dame oder Frau bezeichnet. Als Dame, oh la la. Naja, Reinerle, tu nicht so. Ich kenne deine WhatsApp-Chat-Nachrichten mit anderen Frauen. Oder von mir aus als Lady, wobei das ja schon fast ein bisschen übertrieben ist. Eine Frau wird als normale Dame bezeichnet oder als Frau bezeichnet. Punkt. Und nicht als Olle, als Mulle oder Sonstiges. Das ist ein abwertender Begriff, den man, wenn überhaupt, nur verwendet für Menschen, die eben dem entsprechenden Handwerk, sag ich mal, nachgehen. Wobei ich gar nicht weiß, ob man das als Handwerk bezeichnet. Ja. Was, Mulle? Ist Mulle ein Handwerk? Naja, ich weiß schon, was er meint. Horizontales Gewerbe. Habe ich nie in dem Zusammenhang gesehen. Muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Nee. Oder es ist, glaube ich, eine Dienstleistung, aber es spielt ja keine Rolle, als was man es bezeichnet. Ja, kann auch ein Handwerk sein. Je nachdem. Es wird einfach letzten Endes, man hat einen anderen Menschen nicht herabzusetzen. Oh, ja, aber Rainer, das machst du doch die ganze Zeit. Das machst du doch die ganze Zeit. Mit allen. Alle, die da irgendwo gestanden haben, hast du herabgesetzt und herabgewürdigt. Oh Mann, ey. Das wäre. Und dementsprechend finde ich, das ist ein absolutes No-Go. Und das wird aber mir immer vorgeworfen, obwohl ich eigentlich sage, Mensch, also wir alle leben auf dem gleichen Planeten, wir kommen alle aus dem gleichen Universum, zumindest soweit wir wissen. Und deswegen sage ich, das ist völliger Schwachsinn. Man kann nicht sagen, es ist so und so und dabei ist es ganz anders. Hä? Ja, das machst du doch gerade. Okay. So, das nächste wäre der Nationalsozialismus, wobei ich da drauf im Prinzip gerade schon eingegangen bin. Das ist genau dasselbe wie beim Rassismus. Ich wiederhole mich, aber der Junge lebt zurzeit in einer Monteurswohnung von einem bekennenden absoluten Rechtsradikalen. Leute behaupten. Der auch schon verurteilt ist anscheinend wegen Volksverhetzung. Oh Mann. Dass ich ein Rechtsradikaliste bin oder dass ich Nationalsozialist bin. Rechtsradikaliste. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Und es ist genau andersrum. Wenn nämlich irgendwas davon rauskommt, dass es so und so ist, dass ich das und das gesagt habe, dass ich das gemacht habe, auch wenn das gar nicht stimmt oder wenn das aus dem Zusammenhang gerissen wird. Inwiefern ist dieses Wäscheklammer-Video, in dem du da ein Kreuz nachbildest, inwiefern ist das aus dem Zusammenhang gerissen? Verstehe ich nicht. Ich sage, ich bin gegen Rechtsradikalismus. Wird das gegen herausgeschnitten? Heißt, ich bin Rechtsradikalismus? Was überhaupt nicht? Nein. Also passiert nicht. Ich bin Rechtsradikalismus. Ergibt ja auch keinen Sinn. Und da ist es dann aber so, dass die Leute mir vorwerfen, dass ich das bin und gleichzeitig sagen sie dann sowas wie, oh, jetzt wird er mir langsam sympathisch. Das war eine Aussage, die in den letzten Monaten öfter mal in Telegram kursiert ist. Hä? Wovon redest du? Gut, ich bin nicht in diesem Telegram-Chat, habe ich nicht gesehen in dieser Aussage. Keine Ahnung. Du redest halt wahrscheinlich davon, dass du da in dieser Wohnung wohnst mit diesem Uwe, der halt so Aussagen gedroppt hat. Hm? Also, keine Ahnung. Das ist so das einzige Beispiel, was mir einfallen würde. Wo ich mir denke, ich bin euch sympathisch, weil ich angeblich das bin, was ich gar nicht bin. Dann frage ich mich doch, solltet ihr eigentlich sowas überhaupt sagen? Ihr seid doch immer gegen mich, weil ich alles so scheiße bin, weil ich alles so scheiße mache. Och, Rainer, du bist so ein... Aber da zeigt sich mal wieder diese Doppelmoral der Hater. Sie beleidigen mich, weil ich... Rainer, wenn hier einer Doppelmoral an den Tag legt, dann bist du das. Es gibt Audioaufnahmen, in denen man ganz klar hört, wie Uwe da den Keil zur See grüßt. Und zwar im selben Raum, in dem du gerade bist. Manchmal... Manchmal... Weiß ich nicht. Alles, was ich jetzt sagen würde, würde zu einer Sperre auf YouTube führen. Deswegen lasse ich es einfach. Und wir hören weiter, denn es geht ja noch ein paar Minuten so. Gegen etwas bin und nicht für etwas bin, obwohl dieses, wogegen ich bin, eigentlich etwas ist, was eher positiv ist, wenn ich dagegen bin. Was? Bisschen verwirrend vielleicht. Sorry. Äh, okay. Nationalsozialismus ist etwas, was von den Hatern sehr gerne verwendet wird. Ist übrigens auch das, was ganz am Anfang den Hatern zur Relevanz stand. Das heißt, das, was ich damals gemacht habe, war gegen Rechtsradikalismus, mich auszusprechen. Und damit fing das ganze Held übrigens auch an. Nein. Boah, ich hasse das. Nein, war es nicht, Reinerle. Du warst ein Dulli im Internet, der auf alles und jeden eingegangen ist. Der wirklich auf jede noch so kleine Trollaktion reingefallen ist. Und da auch immer mit absoluter, also wirklich absoluter Ekstase direkt reingesprungen ist. Und da auf 100 Sachen 80 war. Ich bitte dich. Und du warst halt provozierend. Du warst provokant bis zum geht nicht mehr. Du hast die Leute bis zum Anschlag provoziert. So war es. Aber nein, Reinerle. So war es nicht. Wie hat es eigentlich angefangen? Das Ganze hat damit angefangen, Oh, bitte. Ich dachte ... Ach komm, hören wir. ... den Rechtsradikalismus gewährt habe. Nein, das nicht. Und auch versucht habe aufzuklären, dass Metal nichts mit Rechtsradikalismus zu tun hat. Hat nie jemand behauptet. ... eine Haterin, die auch eine Nazi-Rechtsradikalismus-Dame ist. Das hast du jetzt im Nachhinein. Nimmst du das gerne rein als angeblichen Fakt, dass sie ja die Band ... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das interessiert mich aber auch nicht für rechtsradikale Bands. Keine Ahnung. Wie ist die Nummer A? Irgendwas mit A. Komm, sag. Und zwar Ariella. Die hat damals gesagt, sie hält mich für einen dummen Wichser. Das war ihre Aussage. Ja, ja, ja. Ja, und jetzt im Nachhinein ist es natürlich deswegen, weil sie rechts war. Weil ich mich damals über eine Band absurd ausgesprochen habe. Also gegen die ausgesprochen habe. Hast du ja nicht. Ich habe jetzt schon in mehreren Kommentaren ... Ich habe ehrlich gesagt den Schnipsel, den Videoschnipsel habe ich noch nicht gesehen. Aber ich glaube jetzt einfach mal den Leuten, die mir in die Kommentare schreiben, dass auch der liebe Arnie Degger das schon aufgearbeitet hat, dass du dich damals schon positiv über diese Band geäußert hast, indem du da gesagt hast, die Texte sind eigentlich gar nicht schlecht. Aber jetzt im Nachhinein passt natürlich die Aussage, dass diese Band absolut rechtsradikal war und dass Ariella natürlich großer Fan gewesen ist, passt natürlich gut in dein Narrativ. Und deswegen hast du das jetzt mit eingebaut. Aber dem war ja nie so. Du hast nie gesagt, nachdem Ariella da sich als Haterin geäußert hat oder gezeigt hat, sagen wir es mal so, nachdem du sie auch irgendwie dazu abgestempelt hast, hast du nie gesagt, dass sie rechtsradikal gewesen wäre. Das kommt jetzt plötzlich immer, also seit relativ kurzer Zeit erst. Und so weiter und so fort, weil die eben rechtsradikalismus sind. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, Alter, ist ja auch nicht ganz dicht. Die Nummer vier an der Stelle ist hier Beleidigungen. Ich muss an der Stelle sagen, ja, ich bin jemand, der sehr viele Beleidigungen draus hat. Wie gesagt, es geht hier aber nicht um mich, sondern um das, was andere tun. Es geht nicht um dich, ne? Deswegen schaut gerne mal in den Podcast dran. Ich sage es wieder und wieder und wieder. Entschuldigung. Ja, und da hast du das relativiert, indem du gesagt hast, ich beleidige ja nur, weil andere Leute mich unter Druck setzen. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tue. Für die Abonnenten habe ich ja einen Podcast hochgeladen, wo ich auf meine negativen Eigenschaften gegangen bin. Das hier geht ja um Hater. Ich möchte hier übrigens auch nicht provozieren, sondern ich rede wirklich über Fakten. Die könnt ihr alle nachgoogeln. Nein, da sind keine Fakten dabei. Zeige sie mir. Zeig mir die Fakten. Ihr könnt sie alle nachgoogeln. Schaut auf die Chronik. Müsst nicht googeln. Schaut einfach. Meine Güte. Er hat, gut, den einzigen Fakt, den er jetzt gebracht hat, war die Telegram-Gruppe. Irgendeine Telegram-Gruppe im Internet. Na gut, die Telegram-Gruppe im Internet. Aber trotzdem. Meine Güte. Leichtigkeit nachrecherchieren, ob ich recht habe. Mhm. Klar. Google mal Drachenlord. So, dann haben wir die Beleidigungen. Ich werde von vornherein von vielen Hatern schon in vieler Form beleidigt. Mein Name, Rainer Winkler, wird gerne als Weiner Winkler oder Weiner Rinkler oder so ähnlich beleidigt. Drachenlord wird gerne als Lügenlord bezeichnet. Drache wird gerne als Träger bezeichnet. Ich werde gerne als Oger bezeichnet. Oger ist ja eigentlich ein menschenfressender Dämon aus einer alten Überlieferung, also mittelalterlichen Geschichten. Ja, ja. Das ist eigentlich eher so die Vorstellung, die du aus der falschen Übersetzung des japanischen her übernommen hast. Aber ist ja egal. Weil ich halt einen Überbiss habe und so weiter. Also ich werde aufgrund von meinem Körpergewicht, aufgrund von meinem Aussehen, aufgrund von meiner, ne, von meiner Abstammung jetzt nicht, aber von meiner Sexualität werde ich beleidigt. Nö. Ich werde auf so vielen Arten und Weißen beleidigt. Also ja, doch. Einige machen es. Es ist mir eigentlich egal, Rainer, welche Sexualität du besitzt. Du schmeißt sie halt nur ins Internet für alle öffentlich. Du betretest sie ja breit. Und deswegen darfst du dich auch nicht wundern, wenn die Leute darüber reden. Dein Gewicht ist halt ein Triggerpunkt, den viele nutzen. Ist mir eigentlich egal, wie viel du wiegst, Rainer, aber es ist halt etwas, was dich triggert. Auch wenn du sagst, mir eigentlich egal, ich bin ja so der fitte Mensch. Was ja auch nicht stimmt. Und allein deine Fitness ist ja schon ein Punkt für sich. Ich tue überhaupt nichts. Ich mache meine Videos, ich mache meine Streams. Ich habe in den letzten Monaten eigentlich so gut wie nichts gemacht, wo ich irgendjemanden attackiert habe. Nö. Du hast ja nur, Rainer, süffisant im Internet gegrinst und gesagt, die Hater werden sich jetzt umschauen. Ich habe ausgesorgt für die nächsten Jahre. Ich habe Musik gemacht, ich habe Musik gehört, ich habe mit Leuten gesprochen, ich habe gegamt und dann kommen Leute her und beleidigen mich und attackieren mich. Sie greifen irgendwelche Hotels. Du hast den heiligen Ofenkäse attackiert, Rainer. Du hast ihn mehrfach beleidigt in deinen Videos. Das ist ja momentan deine Sache. Du hast quasi mich, ja, du hast falsche Behauptungen aufgestellt, indem du sagst, ich klaue deinen Content und lade ihn neu hoch. Das stimmt ja nicht. Ich verarbeite deinen Content und produziere eigenen Content daraus und hast mich dann bei Spotify gemeldet, warum auch immer, weil ich nicht auf Spotify bin. So Unterkünfte an, in denen ich angeblich bin oder angeblich war und bauen da Scheiße und machen da Telefon-Terror, machen da, also das ist das, was ich immer mache, so Telefon-Terror. Sie machen Pizzabestellungen, sie machen Polizeieinsätze oder verursachen Polizeieinsätze. Ja, stimmt. Gibt es leider. Aber wie gesagt, das ist ein kleiner, ganz, ganz kleiner Teil der Hater und wie schon erwähnt, kannst du ja nicht einen ganzen Fan, Fußball, Fan ist eigentlich, also das ist völlig falsche Wort, Anti-Fan, Fußball-Club da verurteilen, wenn ein kleiner, winzig kleiner Teil, so zehn Leute da, steil gehen und andere Leute attackieren. Die müssen dann halt zur Rechenschaft gezogen werden. Aber nicht von den Fans außerhalb des Stadions. Innerhalb ist es was anderes, würde ich jetzt behaupten. Aber auch schwieriges Beispiel. Ich weiß nicht, ob Fußballfans auch so wirklich die richtige, der richtige Vergleich dafür ist, weil das, naja, ein bisschen vielleicht trifft man sich auch und gründet auch so kleine Gruppen und irgendwie haben alle so das gemeinsame Ziel, so diese Mannschaft zu verfolgen. Viele Einzelpersonen, ne, na vielleicht ist es doch ein ganz gutes Beispiel. Und all diese Dinge, jeder muss halt für sich selber entscheiden, was er hier aus diesem Drachengame mitnimmt, was er hier machen möchte. Ob das für ihn nur Entertainment ist oder ob er da irgendwie aktiv daran teilnehmen möchte, indem er da selber Content produziert. Deswegen ist das alles so schwierig und diese Beleidigungen, die sie im Internet tätigen, sind gleichzeitig und damit kommen wir auf Punkt fünf und damit den letzten Punkt der Aussagen zu sprechen, Provokationen. Provokationen. Allein die Tatsache, dass sie mich als Oger bezeichnen oder als Träger bezeichnen, ist eine Provokation. Ist es eine Provokation, wenn du alle als Hater bezeichnest? Gegenfrage? Da gibt es dann auch noch andere Leute, auf die ich dann nachher noch zu sprechen komme, die dann speziell auch noch diese Sachen nochmal zusätzlich verwenden. Ich dachte, du wolltest auf alle Hater eingehen, nicht auf Einzelpersonen. Aber mach mal, mach, mach. Gleichzeitig wird mir immer vorgeworfen, dass ich provokant bin, dass ich provoziere. Ja, immer und immer wieder. Und jetzt kommt die Pointe. Ah. Zu mir wird gesagt, dass ich provoziere, weil ich sowas, was ich hier mache, ich versuche auf Fakten hinzuweisen. Ich sage Hater. Nein, tust du nicht. Es sind gefühlte Fakten. Bis auf, dass da Leute in diesem Telegram-Chat in irgendeiner Weise rechtes Gedankengut verbreiten. Das gebe ich dir vielleicht noch. Aber der Rest sind gefühlte Fakten, die du nicht beweisen kannst. Zu einem Kloster. Ah gut, ja. Halt, stopp. Stimmt nicht so ganz. Ich habe... Es stimmt, Rainerle, Leute übertreiben. Und zwar, indem sie halt bei Hotels anrufen, Pizza-Bestellungen, Notrufmissbrauch. Ist richtig. Gibt es. Du kreidest das aber allen Leuten an, was nicht stimmt. Es stimmt nicht. Nicht jeder Hater ist wie der Nächste. Gibt das Sinn? Ja. Irgendwie schon. Ihr wisst, was ich meine. Rainerle beruft sich darauf, dass 100.000 Leute einfach nur absolut widerwärtig und abgrundtief schlechte Menschen sind, weil einer da Pizza hingeliefert hat oder hat liefern lassen und dem er da oder der dann Straftaten begeht. Solche Leute gibt es im Internet halt auch. Was willst du machen? Da nicht alle, natürlich um Gottes willen, aber viele von ihnen gehören einer rassistischen Gruppe an, nationalsozialistischen Gruppe an, sind Lügner, sind Beleidiger, sind teilweise sogar Straftäter, manche sogar teilweise schon mehrfach vorbestraft von dem, was ich weiß. Nicht alle natürlich und das ist genau der Punkt. Von dem, was ich weiß, klar. Wenn ich solche Sachen anspreche und das sind Tatsachen, die ich anspreche, das sind ja keine aus der Luft gegriffenen Sachen, das kann man alles nachprüfen im Internet, wenn man die googelt. Auch, dass die Lügen über mich verbreiten, das hatten wir vorhin auch schon, es gibt ja irgendwo angebliche Metadaten, dass ich irgendwelche Sachen angeblich gemacht habe, aber Daten sind nun mal Daten, man kann sie fälschen. Es gibt keine reellen Fakten, ich bin nicht vor Gericht gewesen, weil ich angeblich pädophil bin, ich bin nicht vor Gericht gewesen, weil ich Rechtsradikalismus bin, weil ich Nationalsozialismus betreibe. Weil ich Rechtsradikalismus bin. Ich bin der Rechtsradikalismus. Weil ich Rassismus betreibe. Ich wurde verurteilt wegen Körperverletzung von meiner eigenen Haustür und ich wurde verurteilt wegen Beleidigung beziehungsweise Beleidigung ist gar nicht hinfällig gewesen. Nee, Beleidigung ist nicht hinfällig gewesen. Du hast den Polizisten beleidigt, Reinhard, und dafür wurdest du auch verurteilt und wegen Verleumdung. Die Sache ist auf jeden Fall, wenn ich über die Fakten spreche, dann heißt das, ich provoziere. Wenn man aber sich mal diese ganzen Leute anschaut, die über mich sprechen, nicht... Nee. Nee, Reinerle, das stimmt ja nicht. Du wirfst immer den Leuten irgendwas vor, ohne irgendwelche Fakten zu bringen. Wie jetzt zum Beispiel halt das mit den Lügen. Was für Lügen soll denn irgendein Hater gesagt haben, Reinerle? Oder in deinem vorherigen Video, in dem du ja auch gesagt hast, die Leute sind zu mir gekommen und haben mich körperlich eingegriffen wegen den Lügen im Internet. Welche Lügen sollen denn da gewesen sein, Reinerle? Nur die ganzen Lügen, die sie verbreiten, die ganzen Beleidigungen, die rechtsradikalen Äußerungen, die Beleidigungen meines Körpers, die Beleidigungen meines geistigen Zustandes, weil ich angeblich so in meiner Traumwelt lebe und ähnliches. Das tust du ja. Das alles Du betreibst Realitätsflucht. ist provokante Aktion und ist provokant. Das sind Aussagen, die im Internet getätigt werden und auch teilweise im realen Leben und auch tatsächlich werde ich dafür teilweise attackiert. Ich bin schon mit Leuten im realen Leben aneinander geraten, weil diese Menschen auf diese inneren Aktionen reingefallen sind und diese falschen Informationen im Internet geglaubt haben und gleichzeitig mich dann attackiert haben im realen Leben, weil sie geglaubt haben, was nicht wahr ist. Welche? Welche Lügen? So. Ja, gut. Egal. Google das, ne? Google Drachen. Handlungen im Netz. Bei Handlungen im Netz handelt es sich um Hater-Kommentare und Treu-Kommentare. Moment, hast du nicht gerade eben gesagt, ja, das ist alles im Netz, was die da Aussagen tätigen. Warum kommen denn jetzt schon wieder Handlungen im Netz? So wie Diebstahl von geistigen Eigentümen, negativen und positiven Kritiken. Das sind die fünf Punkte, die ich eingehen möchte. Der erste Punkt ist Hater-Kommentare. Ich würde Hater-Kommentare und Treu-Kommentare als einen Kommentar setzen. Oh, klar. Das sind eins und zwei, würde ich direkt als einen Punkt verarbeiten. Ja, weil eh alles ist Hater. Obwohl es eigentlich zwei Punkte sind. Und muss hier aber gleich von vornherein dazu sagen, dass man dadurch trotzdem unterscheiden muss. Hater-Kommentare, würde ich zum Beispiel sagen, sind sowas wie, bring dich um. Das ist nicht nur eine Straftat. Rainer. Rainer. Sowas sagt man noch nicht. Sowas sagt man noch nicht zu Rainer. Meine Güte. Jemanden dazu aufzufordern, sich umzubringen. Sondern es ist auch noch eine definitiv hasserfüllte Aktion, weil jemand anderen den Tod zu wünschen, das kann man wirklich nicht mehr als kleines Kavaliersdelikt deuten. Ist ja auch richtig, Rainer. Da hast du ja auch völlig recht. Gebe ich dir. Und das sollte auch niemand sagen. Tatsächlich glaube ich sogar, wenn man da jemanden im realen Leben antrifft, der das sagt, wird das tatsächlich sogar sehr stark bestraft. Als Treukommentar würde ich eher sowas sagen wie, löscht dich oder verschwinde oder irgendwas. Solche relativ harmlosen Aktionen sind dann eher so Treukommentare. Also man muss wirklich unterscheiden. Ach, man muss plötzlich unterscheiden. War eigentlich immer Hate. Immer. Alles. Und ist eigentlich auch nur ein gut gemeinter Ratschlag, löscht dich. Zwischen Aussagen, die wirklich nur kleine Aktionen beinhalten und wirkliche Aktionen, wie zum Beispiel irgendwelche Straftaten oder Andeutungen für Straftaten. Ich weiß gar nicht, wie viele E-Mails ich bekommen habe in den letzten zehn Jahren, in denen es geheißen hat, ich soll mich umbringen, in denen es geheißen hat, dass sie mich jagen werden, in denen sie mich finden werden. Abgesehen davon, dass die letzten zwei Jahre eigentlich das beste Beispiel dafür ist, dass die Hater wirklich eine Hexenjagd veranstalten, die wirklich durch ganz Deutschland und teilweise sogar über die Grenzen Deutschlands hinausgehen. Ja, wenn du die Leute auch dazu aufforderst, Rainer. Das Erste, was du gemacht hast, als du aus der Schanze ausgezogen bist, in ein Hotel gefahren, hast sie aufs Bett gelegt, sucht mich doch, ihr lieben Haterlein. Direkt provoziert, direkt wurdest du gefunden. Oh Wunder. Weil ich sogar teilweise in Italien und in Frankreich und in Österreich und auch in Spanien angegriffen wurde von Leuten. In Italien? Nee, stimmt ja nicht. In Spanien? War es doch gar nicht in Spanien. War es nie in Spanien. Hä? Was also wirklich über die Landesgrenzen hinaus tatsächlich sogar geht und diese ganzen Kommentare im Internet. Ich weiß nicht, wie viele Mails ich in den letzten Jahren bekommen habe, in denen mir angedroht wurde, dass sie mich finden, dass sie mich umbringen werden, dass ich mich umbringen soll und ähnliche Geschichten. Willkommen im Internet, Reinerle. Und ich sage euch ganz ehrlich, andere Menschen, die diese Kommentare lesen oder Kommentare bekommen und selbst unter diesem Mobbing leiden, die bringen sich um. Und dann seid ihr... Aber er ist so stark. Ihr schuld daran, dass die Leute sich umgebracht haben. Das ist eigentlich so ein typisches Argument, was viele sagen. Ihr, ihr, die einfach nur das hier konsumiert, ihr seid schuld daran. Ja, ich weiß schon, was er meint. Ja, die Leute, die das geschrieben haben, sind schuld daran, Reinerle. Dafür gehören die auch verurteilt. Aber was willst du jetzt von mir, von mir, den du ja auch als Hater bezeichnet hast, was willst du jetzt von mir? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Kannst du mir erklären, was ich machen soll? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass irgendjemand, der, und das glaube ich wirklich nicht, das ist immer so eine Aussage, ja, du hast dann dein Leben lang Schuldgefühle haben, dass du jemanden dazu gebracht hast, dich umzubringen. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die solche Sachen im Internet sagen und dann tatsächlich am Ende Schuldgefühle haben. Der Grund dafür, warum ich das glaube, ist, dass diese Menschen sich völlig bewusst darüber sind, dass sich jemand umbringt. Und die haben wohl eine, ich würde sagen, diese Menschen haben eine Art von, wie drücke ich das richtig aus? Ich wollte jetzt sagen, morbide, morbide genug tun, das ist aber nicht ganz richtig. Diese Menschen sind pervers. Und zwar nicht in Form von, höh, höh, ich stecke die jetzt rein, pervers, sondern im Sinne von, äh, ich quäle dich jetzt, äh, bis du stirbst an deinen Qualen. Pervers. Also, das sind, das ist einfach aus dem Schutze der Anonymität, Rainerle, kann man gerne mal Internet-Rambo spielen. Das ist einfach so. Viele Leute, die da schnell in die Tasten hauen und sowas schreiben, die würde ich jetzt im realen Leben nicht als pervers bezeichnen. Das ist einfach, weiß ich nicht, es ist nicht schön. Das ist das Internet, was, was halt Menschen machen, wenn sie glauben, sie sind anonym und nicht, zu behelligen, äh, schreiben sie halt gerne solche, solche Sachen. Ja. Das sind Menschen, die wirklich, äh, es darauf anlegen, dass sich jemand umbringt. Die haben daran Vergnügen, anderen Leuten Schaden zu zerfügen und da hört es nicht. Aber das sehen die doch gar nicht. Oder sehen die das, wenn der sich dann tatsächlich das Leben nimmt? Nicht beim Schaden auch von, äh, die Person hat jetzt, äh, mal ein paar Jahre oder ein paar Monate oder auch nur ein paar Tage Gewissensbisse oder hat irgendwie ein paar Tage Probleme mit ihrem, mit ihrem, äh, sozialen Umfeld, sondern das sind wirklich Leute, die wirklich andere dazu bringen wollen, dass die sich umbringen, dass die wirklich, äh, eine psychische Behandlung haben. Rainer, wie kommst du jetzt eigentlich darauf, dass irgendwelche Leute, die E-Mails geschrieben haben, mit, äh, bring dich um. Und jetzt kommst du dazu, dass, du willst jetzt wirklich, du willst Framing betreiben. Du willst absolutes Framing für Hater betreiben. Das Problem ist, du nennst halt alle, alles und jeder ist halt Hater in deinem Umfeld, in deinem Universum. Und jetzt malst du halt dieses Bild von diesem perversen, völlig abartigen Menschen, der da im Internet überhaupt keine Gewissensbisse hat, um das halt auf alle anderen umzuwälzen. Das ist das große Problem bei dir. Ich sage ja nicht, dass es diese Menschen nicht gibt. Die gibt es auf jeden Fall. Aber es ist nicht der Großteil der Leute, die da dich verfolgen. Es ist ein winzig kleiner Teil. Ein sehr winzig kleiner Teil zum Glück. Rainer, du möchtest aber alle so hinstellen. Handlung kommen müssen und so weiter. Das versuchen diese Menschen auch seit über zehn Jahren mit mir, mich dazu zu bringen, dass ich irgendwie so ausraste, dass ich mal ein paar Jahre in psychologische Behandlung gehen muss, obwohl ich geistig völlig gesund bin. Nee, bist du eben nicht. Schaut euch das Geburtstagsvideo an. Ihr werdet mich niemals besiegen. Und andere Nervenzusammenbrüche, die er gehabt hat. Er müsste eigentlich aus dem Internet raus und müsste in psychische Behandlung. Damit er überhaupt irgendwie mal in ein geregeltes Leben kommen könnte. Das haben die auch tatsächlich über die Jahre hinweg mit verschiedenen Leuten gemacht. Angefangen mit dem echten Mimmon Baraka aus Berlin. Ja gut, Rainer, du willst doch nicht sagen, dass er geistig die hellste Kerze war. Er war, also, bitte. Mimmon hat tatsächlich das einzig Richtige getan, hat sich gelöscht, hat sich zurückgezogen, der macht gar nichts mehr im Internet. Das war das einzig Korrekte, was er machen konnte. Den, die attackiert haben, an der sowieso schon geistig ein paar Probleme hatte und dann in eine psychische Behandlung gehen musste. Die Sache ist aber die, bei mir haben sie das seit zehn Jahren, seit zwölf Jahren, versuchen sie das. Und ich sage euch ganz klar, das wird nicht funktionieren. Das hat auch nie funktioniert. Und ich sage euch auch, warum? Weil ich geistig gesünder bin als diese Menschen, die diese Scheiße abziehen. Nee, ich mache mir nichts daraus. Bist du ja eben nicht, Reiner. Du hast so oft Nervenzusammenbrüche und bist da völlig am eskalieren. Jemand zu mir sagt, bring dich um. Ich mache mir auch nichts daraus, wenn jemand zu mir sagt, bist du fett. Natürlich denke ich so, ja, ich müsste was daran ändern. Aber ich denke mir nicht so, das attackiert mich nicht. Das ist nicht. Reiner, das triggert dich so hart. Das triggert dich so hart. Schaut euch doch nur die Videos an, in denen er da völlig steil geht. Das ist, was mich verletzt. Das würdest du auch nicht sagen. Ich bin niemand, der sich seinen Kopf drüber macht, wenn die Leute zu ihm sagen, bring dich um. Ich bin niemand, der sich seinen Kopf drüber macht, wenn die Leute sagen, du bist so und so oder mach dies und jenes. Weil mich nicht interessiert, was andere Leute von mir halten. Ich lebe mein Leben. Niemand anderes. Egal, ob die Person jetzt für die Polizei arbeitet, ob die Leute für die Psychologen arbeiten, ob die Leute im Internet leben, ob die Leute im realen Leben leben, ob sie mich im realen Leben markieren oder im privaten Leben, äh, im Internet meine ich, all diese Dinge spielen für mich keine Rolle, weil mein Leben keiner von diesen Personen lebt und deswegen bin ich geistig gesünder als diese Menschen. Diese Leute machen sich da einen Spaß daraus, andere Menschen fertig zu machen und dann wirklich dafür zu sorgen, dass diese Leute sich umbringen und die haben da noch ein perverses Vergnügen dran. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein, zwei Leute von denen gibt, die da sitzen und naja, dass sich wirklich eine Liste machen von Leuten, die sie dazu gebracht haben, dass sie sich umbringen. Das würde mich wirklich nicht überraschen. Wie heftig er da ein Bild zeichnet. Unfassbar. Und ich finde eigentlich auch vom Staat ist absolut unschön, dass sich der Staat nicht mehr damit beschäftigt. Rainer, du kannst es anzeigen. Leite diese E-Mail weiter an die Polizei und zeige das an. Oh Mann, nee. Kommen wir mal zu Nummer 3. Kommen wir mal zu Nummer 3 Diebstahl geistigen Eigentums. Ja. Es ist ein sehr schwieriger Fall, gerade heutzutage Diebstahl geistigen Eigentums als gesetzliche Situation durchzubringen. Nee, eigentlich nicht, Rainer. Eigentlich nicht. Da gibt es klare Gesetzeslinien und klare Gesetzeslagen. Fair Use Prinzip, Zitatsrecht und so weiter. Was du machst, ist Diebstahl geistigen Eigentums, wenn du dich da hinsetzt in deinen TikTok und einfach bei Spotify Musik abspielst. Das hast du zwar nie so gesehen, weil du zahlst ja 10 Euro an Spotify, von daher darfst du es ja alles nutzen und damit Geld verdienen. Lel, nein, darfst du nicht. Mir ist es so, dass es einige Hater gibt, zum Beispiel den Typen Ofenkäse, um es mal nur einen zu nennen. Ich möchte da nicht genauer auf einen gehen und wie gesagt, das ist nicht problematisch. Der ist so in deinem Kopf manifestiert, das ist ja unfassbar. Rainer, echt. Also, wie viel von deinen Gehirnwindungen schwirrt eigentlich der Ofenkäse rum? Das ist ja echt unglaublich. Volkant gemeint, sondern ich will lediglich auf die Fakten hinaus. Es ist eine Tatsache, dass dein gesamter Kanal darauf aufgebaut ist, meinen Content zu stehlen, zu verwenden und neu hochzuladen. Nein, ist ja nicht so, Rainer. Nimm deinen Content oder was du halt im Internet so ablässt, nimm da Schnipsel draus, zitiert die und gibt dann seine Meinung dazu wieder. Das war's. Und das ist mit dem Zitatsrecht gedeckt. Er hat es ja mit einem Anwalt, hat er es ja durchgesprochen, hat es bestätigt, YouTube hat es bestätigt. Nur du siehst es natürlich wieder mal als Diebstahl geistigen Eigentumsanwass, ja, wieder erwiesenermaßen falsch ist. Und dann doch zu kommentieren. Er behauptet, er sei ein Berichterstatter. Ja. Berichterstatter ist aber jemand, der neutral sein muss. Nein, muss er nicht. Muss er nicht. Das hast du in den Raum geworfen. Du musst doch neutral sein. Nein, muss er nicht. Oder sein sollte. Und es ist vor allem jemand, der nicht nur über eine Sache berichtet. Einseitige Berichterstattung ist keine Berichterstattung. Einseitige Berichterstattung. Doch, einseitige Berichterstattung ist auch Berichterstattung, Reinholde. Du kannst zum Beispiel einem einem Dortmund Fußball YouTube Kanal nicht vorwerfen, dass er die ganze Zeit nur über Dortmund redet. Natürlich tut er das, weil das ist sein Content. Mensch. Und der Heilige Ofenkäse macht ja sogar noch andere Videos. Ist ja nicht so, dass er, gut, die sind halt, er macht ja so Fitnessvideos und keine Ahnung, irgendwie noch was anderes. Aber ja, Reinholde, ja. Mobbing und Held. Ja. Zudem auch noch dazu kommt, dass die Person auch noch andere Leute dazu auffordert, Straftaten zu begehen. Tut er nicht. Auffordert, irgendwo hinzufahren, wo ich gesehen wurde. Tut er nicht. Er hat niemals jemanden aufgefordert, da hinzufahren. Er auffordert, irgendwo im Internet Scheiße zu bauen, auffordert, negative Kommentare zu schreiben. Tut er auch nicht. Er hat lediglich den Vorschlag gemacht, dass man dich ja bei der GEMA melden sollte, weil du ja urheberrechtlich geschütztes Material in deinen Streams verwendest. Und das ohne Lizenz. Und da hat er drauf aufmerksam gemacht. Das hat dir natürlich nicht geschmeckt, Reinelle, weil es halt wieder um dich ging und um dein Fehlverhalten. Aber es war absolut legal und er darf das. Nicht in Geschichten. Kurz gesagt, es ist definitiv, was diese Person, speziell diese Person anstellt, keine neutrale Berichterstattung, sondern es ist schlicht und ergreifend Mobbing. Und egal, was die Person sagt oder egal, wie die Person das hinstellt, man kann es nicht anders setzen. Doch, in deiner Welt vielleicht nicht, aber in der realen Welt, in der wir alle leben, Reinerle, ist es halt kein Mobbing. Eine Tatsache, dass die Person Scheiße baut und dass die Person vor allem damit auch Straftaten begeht. Oh Mann. Diebstahl geistigen Eigentums. Es werden meine Videos und auch dieser Podcast hier werden verwendet, neu hochgeladen und dann da veröffentlicht. Nein, es wird nicht neu hochgeladen, Reinerle. Und egal, wie man es dreht und wendet und wenn man so argumentiert, ja, aber ich mache ja nur Berichterstattung, dann kann man auch so argumentieren, Berichterstattung ist, wenn man über verschiedene Dinge berichtet. Nein, ist es nicht. Wo nimmst du diese Definition her? Inwiefern ist das eine gültige Definition für Berichterstattung? Indem man über verschiedene Themen redet. Es stimmt ja nicht. Weil hier zum Beispiel auch über die Sachen der Hater, aber stattdessen wird ja nur über mich berichtet. Es wird nicht darüber gesprochen, dass Leute da Scheiße gebaut haben. Es wird nicht darüber berichtet. Auch das, darüber wird auch gesprochen und er verurteilt es ja ganz klar. Aber das willst du ja natürlich nicht hören. ...berichtet, dass Leute diese Dinge tun, die man nicht tun sollte. Es wird nicht darüber berichtet, welcher Scheiße... Er sagt es doch ganz klar. Hört auf, den Notruf zu missbrauchen, hört auf, der Pizza-Lieferung hin zu bestellen. Schaden angerichtet wird auf Grundlage von, wie sich meistens herausstellt in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten gar nichts. Es wird einfach nur darüber berichtet, dass ich irgendwas gesagt habe, ich irgendwas gemacht habe, dass ich irgendwas gewollt habe und dass ich der Idiot bin, der letzten Endes die Scheiße baut. Ja. Und genau das ist der Punkt, das ist keine Berichterstattung, das ist Mobbing. Nein. Und zwar ist die bestellgeistigen Eigentums, weil man auch noch die Sachen von anderen Leuten klaut und dann neu verwendet. Nur um seine eigenen... Er versteht es nicht, er wird es nie verstehen. ...Klicks zu generieren. Ofen-Käses-Kanal hätte keinen einzigen Klick, der relevant wäre, ohne meinen Content. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist sogar nachweisbar, denn er hat einen anderen Kanal aufgebaut, den er wieder hingeschmissen hat, weil er damit keine Aufrufe generiert hat. Das ist einfach eine Tat. Es ist einfach eine Tatsache, dass der heilige Ofenkäse nebenbei auch noch arbeitet rein. Und dass auch dieses Hobby, was er da betreibt, diese Berichterstattung, dass das auch viel Zeit in Anspruch nimmt und frisst. Und klar, und dann auch noch nebenbei andere Videos zu machen, da sind wir wieder bei dem Thema Work-Life-Balance. Ist halt die Frage, was macht man eher? Oder was schauen... Wenn die Leute sich... wenn die Leute da hinkommen und sagen, ich möchte mehr davon wissen, was Reinholde so macht. Es gab ja jetzt diesen Kommentar von Finch, den er gezeigt hatte oder der unter seinem Video gezeigt hatte, du musst jeden Tag ein Video machen. Ich bin süchtig geworden. Und die Leute sagen, mehr Videos hier auf diesem Kanal. Wäre es ja doof, wenn er plötzlich sagt, ja, nö, ich mache jetzt Koch-Videos. Oder? Tatsache, diese Person ist einfach unrelevant, wenn sie nicht über mich berichtet. Und deswegen hat sie diese anderweitige Berichterstattung oder diese anderweitige Situation aufgegeben und berichtet nur über mich. So, Handlung im Netz ist außerdem noch jetzt auf zwei weitere Punkte hinausgelaufen und auch diese zwei Punkte werde ich als einen Punkt zusammenfassen, wobei ich erst auf den vierten und dann auf den fünften Punkt eingehen werde. Negative beziehungsweise positive Kritik. Negative Kritik ist etwas, was man nicht unbedingt als Kritik abtun kann. Oh Mann. Es ist eine Tatsache, dass jemand, der über mich Kritik äußert, meistens jemand ist, der selbst diese Dinge tut, die er mir vorwirft, ohne dass ich diese getan habe, sondern nur, weil ich aufgrund von einer Aussage oder von einer Situation in dem Punkt war, dass Was? Jemand, der mir die Sachen vorwirft, die ich gar nicht gemacht habe oder nur, weil ich in der Situation war? Dass ich eigentlich versuchen wollte, darüber zu berichten, aber das hat letzten Endes nicht funktioniert, wie es sollte. Wow. Zusammengefasst heißt das, andere Leute kritisieren mich für Dinge, die ich getan haben soll, die ich nicht getan habe und gleichzeitig machen sie das um mich weiter, das ist ähnlich wie bei den Lügen oder ist im Prinzip dann die Handlung im Netz zu den Aussagen, dass ich irgendwas getan habe, um mich selbst zu bereichern, während sie gleichzeitig genau das selbst tun. Nein. Ich setze mich nicht vor laufender Kamera und heule rum, dass ich da in irgendeiner Weise gerade durch den Stacheldrahtzaun gefasst habe und deswegen ein paar Kratzer an der Hand habe und sage dann so, guck mal, die bösen Hater haben mich hier wieder oder der böse Drachenlord hat mich dazu gebracht, dass ich in den Zaun greife und deswegen brauche ich jetzt Geld für die Behandlung. Ist ja nicht so. Ich weiß auch nicht, welche Dinge du jetzt hier in den Raum werfen möchtest oder welche Dinge die andere Leute dir vorwerfen, die du so nie getan hast, aber eventuell doch, die sie aber tun. Es ist so verwirrend, es ist so verwirrend, was er hier von sich lässt und es ist auch so anstrengend, ihm dabei zuzuhören, weil er möchte unbedingt dieses Bild zeichnen von den bösen Leuten da draußen, während er ja eigentlich nur da sitzt und ja, Subnautica spielt. Boah, es ist anstrengend. Eine andere Aussage wären die positiven Kritikpunkte. Positiv. Zu den positiven Kritikpunkten muss man sagen, dass es viele Sachen gibt, die ich nicht nachvollziehen kann, beispielsweise die Sache mit dem Rassismus und dem Rechtsradikalismus. Inwiefern ist das positiv? Es gibt viele Aussagen auf Telegram und anderen Webseiten von Oh mein Gott, das meinst du jetzt nicht ernst. Du meinst nicht ernsthaft, dass sie dir jetzt positiv anlegen wollen, dass du jetzt rechts bist und gegen Ausländer, das hey, du hast mich hier gleich recht das ist auch nicht dein Ernst, das ist wirklich ich brauche eine Pause, ich brauche ernsthaft eine Pause. Wow, ich musste jetzt ernsthaft mal mich kurz also wie manipulativ kann man eigentlich argumentieren? Wie unfassbar manipulativ möchten sie sein? Rein oder? Ja. Komm, mach fertig, ey, diese Folge ist, ja. Gott. Hatern, wo die veröffentlichen, auch auf Twitter machen sie das gerne, da heißt es plötzlich, ich bin rechtsradikal. Das ist natürlich nicht der Fall. Nein. Sobald es sowas heißt, schreiben dann hin und wieder Leute, hey, jetzt wird er mir langsam sympathisch. Der Grund, warum sie das schreiben, ist natürlich sowas wie, ja, ich bin selbst rechtsradikal, ich verstehe, dass das so ist. Jetzt wird er mir sympathisch. Ist das ein manipulatives, boah, bist du ekelhaft, ist der manipulativ unfassbar. Ich dachte schon, dass, ähm, das Video zu seinen negativen Eigenschaften wäre schlimm, aber das hier ist ja nochmal eine Stufe härter. Also wirklich, all diese negativen Eigenschaften, die ja eigentlich positiv gemeint sind bei ihm, weil es sind ja immer die anderen, die ihn dazu bringen, dass diese negativen Eigenschaften zum Vorschein kommen. Und hier werden jetzt einfach mal wunderbar die Fronten abgesteckt, indem auf der einen Seite die Rechtsradikalen sind, die bösen Hater, die ja alle rechtsradikal sind, alle werden über einen Kamm geschert, der böse Ofenkiesel, der einfach seinen Content klaut und den neu hochlädt und damit Klicks generieren möchte, ne? Indem er ja, äh, er ist ja kein richtiger Berichterstatter, weil Berichterstatter berichten ja über alles Mögliche, nicht nur über eine Person. Und jetzt kommt noch, ähm, das, die positive Kritik, wo ich mir denke, Junge, und du wunderst dich, du wunderst dich, dass dich Leute in irgendeiner Form angehen und dir ihre Meinung sagen. dass da Leute auf dich zukommen und sagen, Reinhard, hast du, hast du das jetzt ernsthaft gesagt? Du kannst doch nicht ins Internet gehen und dich als was Positives hinstellen und alle, aber wirklich ausnahmslos alle, alle anderen sind die bösen Hater, die dir nicht mal die Buddha auf dem Brot gönnen. Boah, ist das ekelhaft. Ist das eine ekelhafte Folge. Weil jetzt kann ich mich mit ihm identifizieren. Dabei wissen sie oder begreifen sie nicht, dass ich da eigentlich gegen bin und glauben wieder mal das, was nicht wahr ist, weil andere Leute das über mich behaupten. Wow. Es ist also meistens positive Kritik, wie so, hey, ja, so und so, macht er das, das finde ich gut und wird in dem Punkt kritisiert. Gleichzeitig muss positive Kritik nicht immer positive Auswirkungen haben, denn es gibt viele Dinge, die positiv kritisiert werden, die aber überhaupt nicht der Fall sind. Da werden wir wieder bei dem Thema Lügen. Möchte ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, auch weil ich gar nicht genau weiß, wie ich das euch verständlich begreiflich machen soll, weil ich da immer zu blöd bin, das richtig zu, ja, wiederzugeben. Ja, es gibt halt ja kein anderes Beispiel für dich. Also ich wüsste sonst auch keine positive Kritik, die es über dich zu berichten gibt. Gibt's einfach nicht. Springen wir also zum letzten Punkt des Ganzen. Gerne. Handlung im realen Leben. Hier habe ich auch wieder fünf Punkte aufgeschrieben, das wäre einmal Besuch meines Aufenthaltsortes, damit ist nicht nur mein Haus gemeint, sondern auch Orte, an denen ich gewesen bin, von Konditoreien, Bäckereien, über Restaurants bis hin zu anderen Aufenthaltsorten. Ja, das sind öffentliche sind öffentliche Orte, an die man gehen darf. Jeder, jederzeit. Auf die Straße, in so einen Bäcker darf auch jeder gehen. Punkt Nummer zwei, Beschädigung meines Eigentums. Punkt Nummer drei wäre Druck aufbauen. Druck aufbauen. Punkt Nummer vier ist körperliche Auseinandersetzungen und Punkt fünf sind Straftar. Reden wir über die Hater oder reden wir über dich? Weil das passt alles zu dir. Besuch meines Aufenthaltsortes, wie gesagt, sind nicht nur mein ehemaliges Haus und Wohnort gemeint, nachdem ich übrigens da weggezogen bin. Das ist jetzt seit, es wird jetzt am Ende Februar werden das jetzt übrigens schon zwei Jahre, sind da immer noch permanent fast täglich Leute vor Ort. Naja, weil steht da noch eine Kamera oder woher weißt du das? Kurz anmerken, es hat also nichts gebracht, dass ich weg war. Klar. Bis auf die Tatsache, dass ich da nicht mehr rumschreibe. Achso, ja, aber die stehen dann vor dieser Ruine und Herr Winkler, kommen Sie raus. Ach, hör doch auf, ey. Immer noch Böller geworfen, es wird immer noch Terror gemacht. Ach, da wird doch kein Böller mehr, warum sollten die da Böller schmeißen? So Gedenkböller oder was? Ach, hör mir doch auf. Ein Herr Winkler Gedächtnisböller. Das nach zwei Jahren immer noch. Muss man echt sagen, da müsste man eigentlich einen Applaus einblenden. Herzlichen Glückwunsch dafür. Warum? Herr Richter, hören sagen. Ich weiß nicht, woher er diese Informationen nimmt. Hab ich nie gesehen. Ich habe nie in irgendeiner Form ein Besuchsvideo gesehen, in dem da Leute noch auf der Ruine da Böller werfen. Keine Ahnung. Natürlich werden da Leute immerhin pilgern. Es ist halt eine eine Stätte, eine geschichtliche Internetsensation ist das. Und die schauen sich das an und machen da Fotos und schwelgen vielleicht noch in Erinnerung, wenn man mal gerade da unten in der Gegend ist. wie es mal gewesen ist. Aber es wird hundertprozentig um einiges ruhiger sein in diesem Dorf, seit du da weg bist und das Haus nicht mehr da ist. Es wird kein nächtliches Gebrüllheule mehr geben. Es wird keine Alarmanlage mehr geben, die 24-7 irgendwie aktiv ist. Nein. Es ist, und da gehe ich stark von aus, ohne es nachgesehen zu haben, ruhiger geworden in diesem Dorf. Und wenn nicht, zeigt mir das Gegenteil. Verlinkt irgendwelche Videos im Internet in den Kommentaren, in denen gezeigt wird, dass diese Stätte da unten immer noch so aktiv ist wie zu seinen Zeiten und dass da Böller geworfen werden. Glaube ich nicht. So. Besuch mal den Aufenthaltsort, damit es auch unter anderem eben Hotels gemeint, in denen ich gewohnt habe. Oder in denen ich... Ja, jeder darf in ein Hotel einchecken, wenn er das möchte. ...übernachtet habe. Es ist damit gemeint, wenn ich irgendwo in einem Wirtshaus gesessen war, in einem Restaurant, bei einem Bäcker oder ähnlichen Geschichten... Ja, das hast du dir aber auch all die Jahre selber aufgebaut, Reinerle, dass wenn dich Leute irgendwo auf der offenen Straße erkennen, dass sie dich ansprechen auf dein Fehlverhalten über die 10, 12 Jahre im Internet. Auch in Nürnberg am Hauptbahnhof, wo ich eine Zeit lang auf dem Stein gesessen war, da wird auch natürlich gleich wieder mein... Der Stein, auf dem ich gesessen war, wird dann als Zarenstein bezeichnet. Richtig. Weil ich gar nicht immer auf dem gleichen gesessen war. Ja, ist ja egal, bis der Zahnstein wechselt. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, Reinerle. Und einfach hunderte Bilder gemacht wurden, wo ich auf dem Stein einmal gesessen war und dann wurde halt einfach gesagt, der Stein ist es, weil einfach von dem Stein hunderte, tausende von Bildern aufgetaucht sind. Ach, Reinerle. hat man ja, ich weiß nicht, was man da ran geschrieben hat mit Edding, aber also, dass es jetzt der Stein ist, keine Ahnung, also, ist auch völlig furcht. Weil einfach tausende von Bildern gemacht wurden und dann halt über Monate hinweg immer die gleichen Bilder veröffentlicht wurden, weil wenn man dann mich mal irgendwo gesehen hat zu dem Zeitpunkt, oder auch jetzt aktuell, hat man so einen Hunger nach mehr Informationen, dass man mehrere Dinge gleichzeitig macht, mehrere Fotos oder so, und die dann schön nach und nach einstreut, über Wochen hinweg. Was? Weil sonst würde man ja nicht weiterkommen. Hä? Hä? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Man streut Fotos nacheinander über Monate, Wochen hinweg. Hä? Und dann kommt man nicht weiter? Verstehe ich nicht. Jetzt Stille. Achso. Und da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wahrscheinlich musst du jetzt selber mal bei diesem Satz nachdenken, der irgendwie keinen Sinn ergeben hat. Sagen, das ist halt wirklich daneben. So, Beschädigung meines Eigentums. Damit ist nicht nur mein Haus gemeint, dazu kommen wir aber auch gleich, sondern damit ist unter anderem auch mein, ja, mein Besitz gemeint, den ich bei mir trage. Zum Beispiel wurde mal mein Headset zerstört, weil jemand das Headset kaputt gemacht hat. Ja, weil du wieder einmal körperlich auf den zugegangen bist und versucht hast, ihn zu schlagen oder in eine Schlägerei zu verwickeln und dabei ist wahrscheinlich das Headset kaputt gegangen, ja. dann, das ist auch erst vor etwa einem Dreivierteljahr passiert, dann wurde mein, dann wurde mein Handy beschädigt, dann wurde mein T-Shirt beschädigt und andere Gegenstände, die ich bei mir getragen habe oder Kleidung und so weiter. Ja, weil du immer versucht hast, die Leute zu attackieren und die sich gewehrt haben. Und darüber wurde natürlich auch immer gelacht und das sind viele Sachen, wo ich sagen muss, das kann ich nicht nachvollziehen, mal abgesehen davon, dass, wenn man mich jetzt aktuell attackiert und Eigentum von mir beschädigt, man mich gleichzeitig körperlich angreift, sondern auch die Tatsache, dass man dann auch noch darüber lacht, dass man anderen Leuten überhaupt Schaden zufügt, ob jetzt körperlich oder in dem Fall materiellen Schaden. Ja, und jetzt muss man hier dazu noch mal kurz sagen, generell zu der Handlung im realen Leben, alles, was ich getan habe, war, wenn ich mich nicht auseinandersetzen musste durch körperliche Verteidigung. Körperlichen Angriff. War alles, was ich getan habe, im realen Leben, äh, im Internet, nicht im realen Leben. Jetzt muss man hier kurz noch mal dazusetzen, bevor wir weitermachen mit Handlungen im realen Leben. Bis hierhin ist ja alles, was ich getan habe, im Internet gewesen. Aussagen, die ich getätigt habe, Handlungen, die ich getätigt habe, alles war im Internet. Bei Handlungen im realen Leben ist es aber so, dass die Leute zu mir kommen. Es ist nicht so, dass ich rumlaufe und jemanden anpöble. Es ist nicht so, dass ich mich vor die Grundstücke anderer Leute stelle. Es ist nicht so, dass ich mich vor deren Häuser stelle oder, oder, oder vor deren Autos oder sowas, sondern ich stehe einfach irgendwo rum, ich sitze einfach irgendwo rum oder ich gehe irgendwo und werde dann attackiert von Leuten. Aufgrund deiner Handlungen und Aussagen im Internet rein, alle, ja. Ja. Ähm. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Das ist immer der gleiche Punkt. Ich mache gar nichts. und werde dann attackiert. Und ich mache gar nichts. I didn't do nothing. Aufgrund dessen muss ich mich dann im realen Leben verteidigen oder mich körperlich damit auseinandersetzen oder real damit auseinandersetzen. Sowohl der Aufenthaltsort als auch die Beschädigung meines Eigentums. Also jetzt werden auch wenn sie nur eine kleine Frage haben, die einfach mal zur Klärung steht. Dann darfst du dich nicht wundern, wenn diese Bannumgehung quasi ins reale Leben überschwappt. Also reale Leben meine ich halt auf der Straße. Ihr wisst, was ich meine. Geh halt nicht aus deinem Haus raus. Wenn ich nicht aus dem Haus rausgegangen bin, das habe ich sehr oft gemacht, wenn ich nicht aus dem Haus rausgegangen bin, das sind Mehrheit der Fälle, das ist so gewesen, dass die Leute angefangen haben, meine Fenster einzuwerfen, über meinen Zaun zu klettern, bei mir einzubrechen. Und ich meine wirklich einbrechen, nicht Hausfriedensbruch. Wenn man über den Zaun klettert, ist das ja schon Hausfriedensbruch, wenn man dann hergeht und auch noch irgendwo die Garage aufbricht oder auch die Haustür aufbricht und ähnliche Geschichten, weil alles ist vorgekommen. Dann haben wir hier schon mehrfache Straftaten mit Einbruch und so weiter und so fort. Oder auch Diebstahl, was auch sehr häufig vorgekommen ist. Also einfach Beschädigung meines Eigentums. Und wenn ich nicht in der Lage bin, rauszugehen und diese Leute dann scheiße unter Terror vor Ort angestellt haben, dann ist das eine echte Katastrophe. Reiner, du bist bei jedem Menschen rausgegangen. Na ja gut, nicht bei jedem, aber bei vielen Leuten, die da einfach nur gestanden haben und nichts gemacht haben. Und jetzt ist es aber so, dass ich irgendwo mich auch verteidigen musste und denke, warum ich im realen Leben überhaupt zu Handlungen gegriffen habe, ist, weil ich eben genau da keinen Ausweg mehr hatte und keine Auswege mehr gehen konnte. Dementsprechend habe ich die Handlungen im realen Leben, die ich getätigt habe, nur getätigt, weil die Handlungen anderer mich dazu gezwungen haben. Beschädigung meines Eigentums, mal abgesehen jetzt von meinem körperlichen Eigentum, was ich bei mir getragen habe, wie mein körperliches Eigentum. Halskette, die gestohlen wurde, meine Kleidung, die beschädigt wurde, mein Handy, mein Headset und Ähnlichem, haben wir auch noch die Beschädigungen von Leuten, die sie an meinem Haus angerichtet haben. Mir hat mal jemand den Spiegel von meinem Auto abgetreten, mir hat jemand mal Fenster eingeworfen zu Hause, mir haben sie mit Farbe aufs Haus geworfen, mir haben sie Eier aufs Haus geworfen und mit anderen zig verschiedenen Gegenständen, dass mein Haus sogar irgendwann Sporen von Bruchstellen aufgewiesen hat am Putz. Rainer, Rainer, du hast mit dem Kärcher, hast du deine Fassade den Putz abgerissen? Mein Lieber, also, das warst du selber, du hast, du hast die Fassade da den Putz abgekärchert. Weil die einfach mit Steinen und Wasser sich alles geworfen haben, was dann sogar die Fassade dauerhaft beschädigt hat. Ich hatte einen Wasserrohrbruch im Haus, im Badezimmer, weil die im Winter meine Fenster eingeworfen haben, die ich nicht rechtzeitig gemerkt habe und auch nicht rechtzeitig beheben konnte. Ah ja, klar. Und dadurch hat sich dann natürlich im Winter reingefroren und dann sind die Leitungen beschädigt gewesen. Und das hat wirklich zu vielen, vielen Problemen. Die Leitung wäre auch so oder so geplatzt, weil du hast keine einzige Wohnung da geheizt, bis auf das Spielzimmer, in dem du gesessen hast. Alle anderen Zimmer waren noch unbeheizt. Noch dazu, auch noch zum finanziellen Schaden, weil es dann das Wasser erst mal rausgelaufen ist, hat natürlich auch der Wasserzähler angefangen zu laufen. Wie verrückt. Das heißt, das habe ich auch noch Wasser zahlen müssen, was ich nie verbraucht habe. Klar. Wie lange? Ich meine, wenn du da einen Rohrbruch hattest, wie viel Wasser soll denn da rausgelaufen sein, bis du das gemerkt hast? Oder wie lange warst du nicht mehr in diesem Zimmer? Also zum Thema Beschädigung meines Eigentums, da haben wir auch sehr, sehr viele Straftaten, die damit begangen wurden. Und die Mehrheit von diesen Leuten kam damit davon. Wobei ich sagen muss, immer wieder, dass du derjenige gewesen bist, der Wolf gerufen hast. Und dann kam die Polizei nicht. Dass es teilweise auch an der Polizei lag, weil manche Polizisten einfach an denen vorbeigefahren sind und keinerlei Personalien aufgenommen haben, weil sie sich dazu nicht verpflichtet gefühlt haben. Warum sollte man auch jemanden kontrollieren, der einfach nur da auf der Straße langläuft? Anlasslose Kontrollen nennt man das. Und die sind meines Erachtens da nicht gegeben gewesen. Ich konnte dann keine Anzeige machen und konnte auch keinen Schadensersatz stellen, weil eben keine Personalen bestätigt wurden und ich dann jedes Mal eine Anzeige gegen Unbekannte machen müssen. Ja, du kannst ja jeden anzeigen, der da rumläuft. Und dann sagst du, der hat mein Fenster eingeworfen. Beweis das halt erstmal. Ja gut, du hattest die Kamera aufnahmen, aber die hättest du halt erstmal auch mal vorzeigen müssen. So, nun kommen wir mal zum Thema Druckaufbauen. Das ist die Nummer 3. Und beim Thema Druckaufbauen wären wir in der Situation, dass der Druck aufgebaut wird, weil auch Leute, die von meiner Haustür standen, die auch nie was gemacht haben, die auch nie vorhatten, was zu machen, die einfach nur da waren, weil sie einfach Schaulustige waren. Auch diese Leute haben Druck aufgebaut, nämlich einfach durch die Tatsache, dass ich nicht weiß, ich kann dir niemanden in den Kopf schauen, ob die nun was machen oder nicht. Und trotzdem hast du immer die Polizei gerufen. Immer und immer wieder Druck aufbauen, ey, ich kriege Kopfschmerzen. Wenn ich nicht rausgegangen bin, haben diese Leute permanent da vor Ort Scheiße gebaut und sind dann sogar über den Zaun geklettert. Manche Leute haben das gemacht, manche Leute nicht. Manche wollten nur gaffen und andere haben Straftaten vorgehabt oder haben die dann auch umgesetzt, auch wenn sie sie vielleicht aus der Situation heraus ausgesetzt haben. Und deswegen sage ich immer wieder, der Grund, warum ich rausgegangen bin, ist einfach aus Schutz meines Eigentums. Ihr müsst bedenken, wenn ihr nach Hause kommt, habt ihr euren Rückzugspunkt. Ihr könnt euch in eure Wohnung setzen oder auch in euer Haus oder zumindest in euer Auto. Ihr habt immer irgendwo einen Rückzugspunkt, wo ihr euch zurückziehen könnt. Das hatte ich aber nicht, denn ich hatte nicht mal bei mir zu Hause vor meiner eigenen Haustür in der Straße. Hättest du die ausgeschaltet oder wirklich nur auf deinen Hof gerichtet, jetzt wäre wahrscheinlich viel, viel weniger passiert. Und dieser Druck, der da aufgebaut wurde, auch wenn Leute nichts gemacht haben, das ist einfach etwas, was man, wenn man einen Luftballon aufbläst, platzt der irgendwann, wenn man nicht aufhört, ihn aufzublasen. Und genau das ist das gleiche, irgendwann platzt man einfach. Und dann kommen wir zu dem Punkt Nummer vier, das wären die körperlichen Auseinandersetzungen. Die körperlichen Auseinandersetzungen sind etwas, die ich am meisten in meinem Leben bereue, aber der Grund, was da war, ist meistens auch von anderen ausgegangen. Andere haben mich attackiert, sie kamen zu mir nach Hause und haben angefangen mich anzupöbeln, haben angefangen mich anzufummen, haben angefangen mich rumzuschubsen. Schaut euch die Videos an, meine Güte, schaut euch, der Chronik, versteht bitte, dass ich die hier nicht zeigen kann, aber in der Regel war es so, dass rein oder rausgegangen ist auf die Straße, bis ans Ortseingangsschild die Leute verfolgt hat und versucht hat die zu schlagen. Ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht, warum man das so hindreht. Na gut, doch, ich verstehe es, er möchte halt Framing und so weiter. Boah, diese Folgen sind so schrecklich. Was weiß ich, mir hat nicht gefallen, dass er aufgrund von diesen Tatsachen kam es dann nicht selten zu irgendwelchen Auseinandersetzungen. Dazu muss man jetzt auch sagen, ich habe zweimal in den Lauf einer Pistole geschaut, weil das dann eine Schlagschusspistole war, das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren, das wusste ich ja vorher nicht. Ich habe zwei oder sogar dreimal Probleme mit Leuten gehabt, die mich mit Messer attackiert haben. Ich habe zweimal mit jemandem zu tun gehabt, und dabei hat er auch noch golden geleuchtet, einen Schlagstock angegriffen hat, mit der einen Schlagstock angegriffen hat, beim ersten Mal wurde ich sogar schwer verletzt damit. Weiß ich jetzt gar nicht, was du meinst. Meinst du da, als er dir auf den Bauch gehauen hat, irgendwie? Ja, du hattest, glaube ich, einen blauen Fleck, und dann hattest du dir gesagt, ein halbes Jahr später übrigens, ich habe immer noch Schmerzen von der Schlagstockattacke. Und dann war es halt die Gallenblase, die Metal aufgesackt hat. Dann hatten wir die Situation, dass ich mit Steinen beworfen wurde, die größer sind als meine Faust. Ich wurde mit mehreren Flaschen, darunter Wodkaflaschen und ähnliches, beworfen, wo ich auch verletzt wurde, getroffen wurde, zum Glück nie am Kopf. Ich wurde mit Stöcken und Ästen beworfen oder auch geschlagen, die dicker sind als mein Unterarm. Und ich habe jetzt nicht gerade schmächtige Unterarme. Ich wurde sogar mal mit einer riesigen Metallplatte beworfen, wo ich am Arm verletzt war. Ich wurde mit Fäusten mal trittiert und anderen Körperdingen. Also ich habe mich natürlich auch verteidigt, aber wenn man bedenkt, dass ich mehrere Schnittrunden habe. Du hast angegriffen, Reinhard, immer und immer wieder. Und am ganzen Körper vernarbt bin, von oben bis unten am Bein, an dem Arm, am Bauch, am Rücken und sogar wobei am Rücken bin ich zum Glück nicht vernarbt, weil ich den Leuten nie den Rücken zugewendet habe und sich so natürlich keiner in meinen Rücken schleichen konnte. Oh Mann, das ist aber vorne am Körper. Ich habe an den Händen meine linke und meine rechte Hand sind beide vernarbt. Meine Arme sind beide vernarbt. Es ist jetzt nicht so, dass ich von oben bis unten wirklich mit Narben überzogen bin, aber ich habe überall irgendwo kleine Stellen, weiße Stellen, die einfach von Narben könnten, auch an den Händen, an den Armen. Und das sind so Dinge, wo ich mir halt denke, okay, ihr seid immer ganz groß darin, zu tönen, dass ich jemanden angegriffen habe. Aber bedenkt, dass das immer nur passiert ist, aus Zuge dessen, dass ich von meiner eigenen Haustür mich verteidigen musste, weil ich einfach keinen Seelenfrieden gefunden habe, weil ich mich nicht zurückziehen konnte, nicht mehr in meinen eigenen vier Wänden und dann auch noch mit Messern und Schlagstöcken und was weiß ich noch, was für Waffen angegriffen wurde. Ja, das ist einfach, da sollte man wirklich mal die Resonanz ziehen. Ja, ich habe Leute attackiert, ja, ich habe Leute verletzt, aber wenn man bedenkt, wie ich verletzt wurde, keiner von denen, die ich verletzt habe, ist auch nur ansatzweise so schlimm verletzt wie ich. Keiner von denen hat auch nur eine Narbe davon getragen, wo ich aber von oben bis unten vernarbt bin und dass ich gegen hunderte von Menschen über Jahre hinweg Ich kann diese Schallplatte nicht mehr hören, ey, diese verdammte Schallplatte antreten musste, gegen die ich mich verteidigen musste, das steht natürlich auch noch mit rein. Ihr wisst es, ich weiß es, es sind Lügengeschichten, die er hier auftischt, also wirklich. Und dann kommen wir jetzt zu den Straftaten. Ich zähle jetzt einfach mal nur, weil wir jetzt schon so weit von der Folge wie wir das sind. Ich zähle jetzt einfach nur mal ein paar Straftaten auf, die begangen wurden. Wir hätten Hausfriedensbruch, wir hätten Sachbeschädigung und wir hätten zum Beispiel Körperverletzung. Also, das sind die Sachen, die mir gegenüber getätigt wurden. Wir haben Beleidigung, was ebenfalls ein Straftat darstellt. Wir haben Diebstahl, was habe ich jetzt gehabt? Diebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Einbruch, Brandstiftung, Lärmbelästigung, wobei ich nicht weiß, ob das alles als Ordnungswidrigkeit oder tatsächlich als Straftat zählt. Das sind nur so ein paar Kleinigkeiten. Wie gesagt, wir haben Diebstahl von geistigem Eigentum, wir haben üble Nachrede, wir haben Verleumdung, wir haben, Beleidigung, hatte ich schon gesagt, Ja, das sind so viele Straftaten, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Wenn ich jetzt weiter drüber nachdenken würde, würden mir wahrscheinlich noch viele Sachen einfallen. Und das rechtfertigt immer dein Verhalten, ne? Das rechtfertigt immer, dass du Leute irgendwie körperlich attackierst oder dass du Leute beleidigst oder dass du zum Beispiel den heiligen Ofenkäse da übel nachredest. Komm, mach fertig. So noch vier Minuten bin so froh, wenn das hier vorbei ist. Und Rufmord, ich weiß nicht, ob Rufmord und Verleumdung nicht sogar dasselbe ist. Ja. Wird, glaube ich, nochmal ein bisschen anders gesetzt. Und all diese Dinge, die da getätigt wurden, all diese Straftaten, die gemacht wurden, all diese Sachen, die passiert sind oder die mir vorgeworfen werden oder wurden, das ist einfach, das steht in keiner Resonanz zu dem, was gewesen ist. Es sind Hunderttausende von Menschen, die die Straftaten begangen haben. Manche von denen sogar wiederholt. Nein, es sind nicht Hunderttausende von Menschen, es ist eine kleine, kleine Gruppe von Leuten, aber du münzt es um auf Hunderttausende von Menschen. Und genau das soll es hier halt sein. Er spricht hier wirklich von, ja, er spricht von Straftaten, die begangen sind. Das ist richtig. Er setzt sie aber für alle gleich, für die ganze Haterschaft, für Hunderttausende von Leuten und das ist falsch. Wenige von denen regelmäßig bei mir vor der Tür gewesen, was dann sogar noch zu der Situation führt, dass man Wiederholungstäter hat. Es gibt Leute, die haben Straftaten geplant und diese dann auch umgesetzt, wobei wir dann schon bei geplanten Straftaten sind, wobei das dann, ich weiß gar nicht, ob das geplante Straftaten sind oder ob das dann sogar schon als organisiertes Verbrechen gilt. Organisiertes Verbrechen. Ja, ja, ja. Mafia-Klausel und so. So, und jetzt die Resonanz dazu, was ich getan habe. Ich habe Körperverletzung, also ich bin verurteilt worden wegen Körperverletzung, weil ich mich verteidigt habe von meiner eigenen Haustür. Nein, du hast angegriffen. Warum er immer dieses Verteidigen da mit reinbringt? Du hast angegriffen, Reinhard, von dir aus. Wegen Sachbeschädigung und ich bin verurteilt wegen Beleidigung, wobei ich gar nicht weiß, ob die letzten beiden wirklich eine Verurteilung waren. Also das sind die Straftaten, die ich begann habe. Ich weiß nicht mal, warum er verurteilt wurde. Positive Sozialprognose. Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung. Ja, und des Weiteren begehst du Diebstahl geistigen Eigentums und nimm da einfach irgendwelche Lieder auf Spotify und TikTok-Streams. Du berähst Rufmord gegenüber dem heiligen Ofengäse und jedem anderen Hater überhaupt. Ähm, und so weiter, ne? Ja. Ja. Oh Mann, ne. So, gegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung, übler Nachrede, ähm, Verleumdung, Diebstahl, Einbruch. Ich könnte noch ewig so weitermachen. Ja, könntest du nicht. Und dazu kommt noch, dass diese Sachen, die ich gemacht habe, von meiner eigenen Haustür oder aus Schutz für mich persönlich als Person und mit meinem Eigentum, wenn ich unterwegs war, gewesen sind. Während andere zu mir gekommen sind und bei mir vor Ort diese Dinge getan haben oder zu mir, wenn ich unterwegs war. Es war nicht so, dass ich bewusst jemanden aufgesucht habe, wo andere aber mich bewusst aufsuchen. Und das ist das, was in meinen Augen die ganze Sache schwieriger und schlimmer macht. Rainer, du läufst durch die Öffentlichkeit. Du breitest dein ganzes Leben öffentlich aus und dann gehst du in die Öffentlichkeit. Dann darfst du dich nicht wundern, dass irgendwelche Leute dich erkennen und dir halt Rückfragen besitzen. Gut, ihr könnt jetzt selbst entscheiden, was ihr davon haltet. Ja. Ich werde euch noch eine Abstimmung mit reinmachen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob euch das gefällt oder nicht und könnt dazu sagen, was ihr denkt. Ja, habe ich gerade. Und ganz klar, Rainer, du bist derjenige. Ich werde jetzt aufgrund von Zeitgründen das Ganze hier vermutlich doch nicht schneiden. Ich werde es mal ganz kurz überfliegen, also einmal kurz durchhören. Ich bin jetzt bei 46 Minuten. Das Ganze wird wahrscheinlich nicht viel kürzer sein. Ich denke, immer so 40 Minuten werden es mindestens sein. Und dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Podcast wieder mit dabei. Der ist dann am Mittwoch um 13 Uhr, wenn ich es zeitlich hinschaffe. Ich werde schauen, dass ich den morgen direkt aufnehme oder übermorgen spätestens dann. Dann bin ich zeitnah am nächsten dran. Und in der nächsten Folge geht es dann mit Folge 7 ganz normal weiter. Da werden wir dann über die ersten Jahre von YouTube sprechen und wie das Ganze gekommen ist. Und ich möchte an der Stelle hier nochmal anmerken, wie gesagt, hört euch bitte für die Vollständigkeit halber auch einfach den Podcast für die Abonnenten an, wo ich über die, über meine Video. Der Vollständigkeit halber solltet ihr bitte mir Geld geben. Sehr nett, Reiner. Eigenschaften rede. Ich bin nämlich niemand, der anderen Leuten etwas vorwirft und auf seine eigenen Eigenschaften nicht achtet. Doch, genau das bist du. Du redest dir die Sache schön, Reinerle, indem du dir da negative Eigenschaften andichtest, die aber eigentlich gar nicht negativ gemeint sind. Bis auf das Faulsein und das Rumschreien. Das war das Einzige. Aus, was ich für Fehler gemacht habe. Und ich habe auch ehrlich und ernsthaft über meine eigenen Fehler gesprochen. Hast du nicht. Und da waren es übrigens mehrere Dinge. Also ich habe das in zwei Kategorien aufgeteilt und zwar in Charakter und in Eigenschaften. Bei Charakter sind es acht Punkte und bei Eigenschaften oder halt bei Du hast es in Handlungen aufgeteilt. Handlungen sind es sieben Punkte, die ich aufgesetzt habe. Da sind auch unter anderem Dinge dabei wie Lügen, Provokation, Faulheit zum Beispiel ist mit dabei. Träume, Beleidigungen, Ausfallend, Aggressivität und so weiter. Also ich habe schon ehrlich über meine Sachen gesprochen. Schau dir das, wie gesagt, wirklich mal an. Es lohnt sich, denke ich. Und das gehört, wie gesagt, zu dieser Folge hier mit dazu. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache und Tschötschel. Alles klar. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause, Leute. Also das war so utopisch, dieser Quatsch. Also wirklich. Was soll ich dazu sagen? Nichts, was ich jetzt noch dazu sagen könnte. Ich freue mich auf Ramlord. Ich hoffe, er kommentiert das auch. Das werde ich mir geben. Oh mein Gott. Ich hoffe, das kommentiert er. Darauf würde ich mich freuen. Es ist so utopisch, oder? Es ist so utopisch. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, was jetzt nicht schön in dem Video zusammengekommen ist. Deswegen würde ich einfach sagen, wenn ihr nichts weiter zu tun habt, einfach abschalten, rausgehen, den Tag genießen und dann hören wir uns beim nächsten Video irgendwann mal wieder. Macht's gut. Medloff. dass die Waffe wird dem Video